Also ich glaube schon, dass das spannende Aufgaben sind, wenn der Jogi irgendwann mal sagt, er will es nicht mehr machen. Ja, und das wird schon interessant werden. Phrasenmäher, der Fußball-Podcast mit Kai Trahmann. Und heute ist ein echter Trainerfuchs zu Gast im Phrasenmäher, eine Bundesliga-Legende. Dieter Hecking heißt der Mann, der Mann, der Gladbach zuletzt in die Europa League geführt hat und nun vorm Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga steht. Da erwartet dich heute eine sehr abwechslungsreiche und unterhaltsame Folge, denn Dieter Hecking hat richtig Gas gegeben, er hatte richtig Spaß gehabt im Phrasenmäher und versprüht eine Menge gute Laune und vor allen Dingen Offenheit und Ehrlichkeit. Wir sprechen über die neue Bodenständigkeit beim HSV in Folge 1 und wir reden über sein, sagen wir mal, Nicht-Verhältnis zu Skandalprofi Niklas Bentner und über die entscheidenden Trennungsgespräche, die es gab in Gladbach, als Dieter Hecking dann die Borussia verlassen musste. Dieter Hecking verrät uns heute auch und da wird es wirklich lustig, dass er kürzlich mit seinem Trainerteam des HSV auf der Kirmes in Soos so richtig schön abgefeiert hat. Von dieser Party wurde mir zufälligerweise ein Video zugeschickt, in dem Dieter Hecking und seine Trainercrew zu Scooter abgehen. Ja, zu Scooter zum Torjubel des HSV feiern die Jungs und zwar ordentlichst. Diesen Clip, den kannst du dir nun in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher anschauen. Dieter Hecking hat dafür sein Okay gegeben, denn klar, er steht zu der Party, er steht zu dem, was er gemacht hat und das kann sich auch sehen lassen. In der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher gibt es den Clip jetzt zu sehen. Hab viel Spaß, ich hab mich echt weggeschmissen, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe. Dieter Hecking spricht heute in Teil 1 natürlich auch über den Fall Jatta. Bild hatte ja über Zweifel an der wahren Identität von Jatta berichtet und natürlich darf der HSV-Trainer nun schildern, wie er die ganze Sache sieht. Denn ja, tatsächlich darf eh jeder im Phrasenmäher genau das sagen, was er sagen möchte. Und das wird auch immer so bleiben, das kann ich schon mal versprechen an dieser Stelle. Dieter Hecking macht all das in einer sehr coolen und entspannten Art. Es macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Und ich wünsche dir nun viel Freude mit einem frischen Phrasenmäher. Wir sitzen in Hamburg im Nachwuchsleistungszentrum des HSV. Mir gegenüber sitzt Dieter Hecking. Hallo Herr Hecking. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, bis wir auf ein bisschen kniewisch werden, eigentlich richtig gut. Ich hab davon gehört, was ist passiert mit Ihrem Knie? Ja, wir haben hier eingeführt beim HSV, dass die Trainer plus TAF plus Mitarbeiter sich immer mal zum 6 gegen 2, 7 gegen 2, 8 gegen 2 treffen. Ja, und dann hat man mir einen schweren Ball hingespielt und ich meinte, ich könnte diesen Ball super verarbeiten und bin halb im Rasen hängen geblieben. Und dann hat leider der Innenmeniskus ein bisschen was abgekriegt. Und der quält mich gerade ein bisschen, aber ich denke, ich bin in guten Händen hier in Hamburg. Das kriegen wir hin. Ich werde jetzt in zwei Phrasenmäherfolgen natürlich gut auf Sie aufpassen. Falls irgendwas sein sollte mit dem Knie, sagen Sie gerne Bescheid. Draußen kickt der Nachwuchs. Dann und wann ist mal ein lauter Ruf zu hören. Ich hoffe, dass sich da keiner verletzt. Eine Frage vorweg. Ist es Ihr erster Podcast? Nein, ich habe mit den Fohlen, also bei Borussia Mönchengladbach, mal vor Weihnachten einen aufgenommen. War sehr amüsant, weil da auch sehr komische Fragen auf mich zukamen, die zu beantworten, weil ich manchmal gar nicht in der Lage war, um erstmal das Lachen zu unterdrücken über die Frage. Aber war sehr amüsant. Hat Spaß gemacht. Und in dem Moment, wo Sie sagen, fällt es mir wieder ein, ich habe ihn natürlich gehört, weil der Kollege Christian Straßburger mit Ihnen sogar darüber gesprochen hat. Es war damals, wie Sie sagten, kurz vor Weihnachten und er Sie noch darauf ansprach, ob Sie schon alle Geschenke haben. Und Sie gesagt haben, nein, es könnte gut sein, dass Dieter Hecking am 24. Dezember nochmal in Hannover in die Geschäfte muss. Ja, das ist so ein typischer Dieter Hecking. Also ich versuche zwar jedes Jahr über das Jahr über die Wünsche meiner großen Familie aufzunehmen. Und dann, wenn es soweit ist, Weihnachten, dann habe ich den Zettel nie da. Und dann fängt die Suche wieder an, was kann man noch schenken. Und da ist uns als Familie richtig gut, gefällt mir das dann auch immer schwer. Aber der 24. Dezember sieht man oftmals Dieter Hecking durch Hannover laufen oder rennen sogar, um irgendwo noch die letzten Besorgungen zu machen. Bei fünf Kindern und einer Ehefrau ist das auch mehr als verständlich, dass man sich da bis zuletzt dann austoben kann und muss. Wir starten mit der Rubrik, dass Sie sich einmal kurz selber vorstellen. Was ihr über mich wissen solltet. Ja, Dieter Hecking, 55 Jahre alt, fünffacher Familienvater, seit über 30 Jahren mit der ein und derselben Frau verheiratet. Leidenschaftlicher Fußballer von klein auf, mit sieben Jahren angefangen bis 55, also seit 48 Jahren unterbrochen, jedes Wochenende auf dem Fußballplatz. Liebe es, den Sonntag auszuruhen auf meiner Couch, mit einem Auge Fußball zu gucken, mit dem anderen Auge schlafe ich, um einfach mal ein bisschen abzuschalten. Ich habe eine schöne Golfrunde in Hannover, wo man sich leider in diesem Jahr noch nicht einmal getroffen hat. Die Runde ist gut, ich habe nie verloren. Und ansonsten, ja, eigentlich relativ klar strukturierter Mensch, der weiß, was er möchte, was er nicht möchte. Also ganz normal eigentlich. Sie sind seit einer gefühlten Ewigkeit im Bundesliga-Geschäft dabei, haben auch viele Erfahrungen mit BILD gesammelt, haben in BILD viel über sich, über ihre Vereine lesen dürfen und haben jetzt die einmalige Chance, all das in wenigen Sätzen zurückzuzahlen. Das BILD-Bashing Ja, es ist natürlich immer nicht so leicht, wenn man kritisieren darf, aber ich tue es mal trotzdem. Also was mir an der BILD wirklich nicht gefällt, ist, wie zu Teil ein Personenkult entsteht, sowohl in positiver wie in negativer Art. Ich glaube, dass viele Menschen viel zu schnell hochgeschossen werden seitens der BILD in Sphären, die sie eigentlich vielleicht gar nicht verdient haben, obwohl sie zwar gute Arbeit abliefern, aber einfach übertrieben dargestellt werden als positiv, als super, als klasse. Und aber genau die gleichen Menschen auch erfahren können, wie schnell die BILD-Zeitung es schafft, sie wieder ganz nach unten zu schreiben. Und ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist das, was mir an der BILD überhaupt nicht gefällt. Ich finde, dass auch der Boulevard durchaus mal eine Grauzone zulassen sollte, weil damit auch vor allen Dingen die Personen, die es dann betrifft, denke ich, auch deutlich besser mit umgehen können. Weil der Boulevard schon eine Macht in Deutschland. Sie hatten kürzlich eine Geschichte hier in Hamburg, den Fall Jatta, wo Sie auch selbst als Trainer die Verantwortung dann übernommen haben und auch selbst aktiv wurden. Wie haben Sie diesen Fall erlebt? Lassen Sie uns offen darüber sprechen. Der Fall ist ja bekannt. Ja, der ist ja präsent und ich glaube, das ist so ein Beispiel. Ich glaube, dass Ihre Kollegen in dem Fall geglaubt haben, sie haben eine große Geschichte, der sie nachgegangen sind, der sie sicherlich auch versucht haben zu recherchieren in einer Art und Weise, die ich nicht beurteilen kann. Ich glaube ganz einfach aber, dass die Geschichte einfach zu groß gesehen wurde. Ich glaube, dass Bakariyatta jemand ist, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, wofür man ihn hätte außergewöhnlich bestrafen müssen. Und wenn man dann sieht, dass dann auch ein Strafmaß gefordert wurde für Bakariyatta, wenn man ihm Nachweise hätten können, dass an seiner Identität was falsch ist, dann finde ich das anmaßend seit der Bild-Zeitung in dem Moment. Bei allem, dass sie vielleicht auch Gründe hatten, diese Geschichte zu machen. Das will ich ja nicht ausschließen. Es gibt immer beide Seiten. Wir müssen sie halt vom Hamburger SV beurteilen, ihr von eurer Seite aus. Und es gab ja auch mal ein klärendes Gespräch zwischen meinem Chefredakteur und mir, wo ich dann auch meine Sichtweise nochmal kundgetan habe. Und ich glaube, dass wir aus unserer Sicht absolut nachvollziehen konnten, dass wir uns total vor unseren Spieler gestellt haben. Und wir natürlich auch froh sind, dass diese Geschichte jetzt irgendwo im Sande verlaufen ist, weil es gibt viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Aber wenn sich einer so wie Bakariyatta auch integriert und sicherlich jetzt kein Schwerverbrecher ist oder wer weiß was gemacht hat, dann kann man das nicht alles gutheißen, wenn wirklich was an der Identität falsch wäre. Das haben wir auch immer gesagt. Dass wenn das stimmen würde, dann muss Bakariyatta dafür auch gerade stehen. Aber solange wie man uns oder gerade dem Spieler das nicht nachweisen hätte können, dann gilt für mich immer die Unschuldsvermutung. Und ich glaube, dass wir mit dieser Strategie sehr gut gefahren sind. Glauben Sie, dass dieser Fall ein für alle Mal gegessen ist? Weil dann tauchte doch nochmal wieder eine E-Mail-Adresse auf, mit der er sich hier in Deutschland angemeldet hatte als Bakariyattafe. Also wissen Sie, ich habe das für mich dann irgendwann abgehackt gehabt. Für mich war die Geschichte dann irgendwann abgeschlossen, auch als dann jetzt nochmal das mit dieser E-Mail-Adresse kam. Das sind für mich einfach Dinge, die vielleicht irgendwo nochmal eine Rechtfertigung eurer Seite war, um diese ganze Geschichte nochmal irgendwo aus eurer Sicht nochmal rund zu machen. Ich finde, irgendwo ist es dann auch gut. Ich habe auch dem Herrn Brügelmann damals gesagt, wenn Sie irgendwann was Handfestes, Richtiges haben, dann bin ich der Letzte, der das nicht akzeptieren würde. Aber ich denke, jetzt ist der Sache genug getan. Und wenn die deutschen Behörden ihm in allen Punkten Recht geben, ja, woran soll man dann noch was suchen? Und ich glaube nicht, dass dann die Bild-Zeitung dazu da ist, dann noch großartig weiterzusuchen. Sind Sie dann derjenige, der zum Hörer greift und sagt, okay, die rufe ich jetzt mal an. Da mache ich jetzt mal den Uli Hoeneß und mache quasi den Doppelpass-Part und rufe jetzt mal ihn bei Bild an und geige dem meine Meinung? Nein, also das würde ich nicht machen. Erstmal ist es nicht meine Aufgabe als Cheftrainer, das zu machen. Dafür haben wir eine gut funktionierende Presseabteilung beim HSV. Dafür haben wir auch einen Vorstand mit Bernd Hoffmann und auch Jonas Bolt, die denke ich, was das angeht, natürlich auch den Verein noch deutlich mehr repräsentieren müssen wie ich. Aber wir haben in dem Fall eine tolle Einheit gespürt im Verein, weil das war ja auch nicht so einfach. Klar, wenn dann Punktverluste im Raum gestellt werden, Punktabzüge, dann muss man schon gut überlegen, ob man diese Kante fahren kann. Aber ich habe dann immer gesagt, Jungs, solange wie man uns als HSV nichts nachweisen kann, wo wir vorsätzlich irgendwas gewusst hätten über eine falsche Identität eines Spielers, was soll dann letztendlich passieren? Und da habe ich dann schon alle Hoffnung in die deutsche Rechtsprechung auch gehabt, dass wir am Ende des Tages unsere Punkte behalten werden und dass Bakkeri dann hoffentlich aus dieser Nummer auch ganz gut rauskommt. Er hatte jetzt die Chance für Gambia zu spielen, hat sich dagegen entschieden. Was raten Sie ihm da? Wie sehen Ihre Gespräche mit ihm aus? Ja gut, Bakkeri ist jetzt seit sieben, acht Jahren in Deutschland. Wir haben da kurz drüber gesprochen. Er kam nur zu mir und sagte, Trainer, ich wollte Sie informieren. Ich bin da angerufen worden. Es kommt da eventuell eine Einladung. Er will das nicht annehmen vorerst. Er hat nicht ausgeschlossen, dass er es doch noch annehmen würde irgendwann. Aber im Moment, sagt er, zählt für ihn der HSV. Im Moment hat er noch nicht den Bezug nach Gambia, um da unbedingt für dieses Land zu spielen. Er möchte sich einfach komplett auf den HSV fokussieren. Er möchte dem Verein das zurückgeben, was er gespürt hat. Im Sommer diesen absoluten Rückhalt. Er möchte wortwörtlich seiner Familie das zurückgeben mit Leistung und mit Einsatzbereitschaft, dass wir in diesem Jahr hoffentlich das große Ziel erreichen, dann nächstes Jahr auch vielleicht in der ersten Liga wieder zu spielen. Und die Aussage fand ich überragend. Er hat natürlich als Vereinstrainer, hätte es sich auch leicht machen können. Ich gehe jetzt doch mal für Gambia spielen. Aber er hat damit ganz klar zum Ausdruck gebracht, wo er sein Zuhause sieht. Und das fanden wir natürlich klasse. Da sind Sie dann als HSV-Familienvater, als Trainer natürlich auch jemand, der dann einen guten Einfluss hat auf einen jungen Spieler. Wie sah das erste Gespräch aus mit ihm, als Sie gehört haben, Mensch, da rollt was auf uns zu? Das war relativ kurz. Ich habe gesagt, pass auf, Bacca, komm mal rein in die Trainerkabine, lass uns mal unter vier Augen reden. Du, das und das, die Geschichte, du kennst sie, ja, wüsste er. Und ich sage, was sagst du dazu? Ja, es ist alles nicht wahr. Ja, ich kann nur sagen, das, was ich immer gesagt habe, dass ich hier eingereist bin und alles seinen normalen Lauf genommen hatte für ihn. Da war sich keiner Schuld bewusst. Und ich sage, da gibt es wirklich nichts, wo wir mit rechnen müssen. Nein. Ich habe gesagt, pass auf, Bacca, wenn du hier lügst, das ist nicht gut. Ja, weil das fällt alles auf dich zurück. Also du musst schon die Wahrheit sagen. Und dann hat er mir nochmal bestätigt oder versichert, dass er nichts erwartet, was ihm irgendwo schaden könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann vertraue ich dir und glaube dir. Und dann ziehen wir das gemeinsam durch. Und mit aller Unterstützung, die ich dir geben kann, kriegst du von mir. Wäre natürlich auch dementsprechend enttäuscht gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, klar. Aber das ist ein junger Mensch, ja, der natürlich, wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt und wenn man sich mal mit ihm wirklich mal hinsetzt und ihm zuhört, dann weiß man, wenn ein 15-Jähriger mit einem Freund alleine loszieht aus Afrika, um irgendwie nach Europa zu kommen, welchen Dingen er ausgesetzt war während dieser Reise nach Deutschland, bis zum letzten Tag, wo er dann hier in Hamburg angekommen ist. Er war erst in Bremen. Und dann merkt man schon, dass diese Geschichte nicht so einfach ist. Und das muss man immer berücksichtigen. Es geht um Menschen. Und das hat er mir nochmal sehr, sehr emotional erzählt. Und wenn ich die Geschichte dann höre, und die kann man nicht erfinden, sag ich mal, da hat man so ein bisschen ja auch Gespür dafür, dann hatte ich schon das Gefühl, dass da die Wahrheit steckt. Und ich einfach bereit war für ihn dann auch durchs Feuer mit ihm zusammen zu gehen. Und wie gesagt, das haben wir alle im Verein so gesehen, nicht nur ich. Ich denke auch, wie gesagt, Jonas Bolt, aber auch die ganze Mannschaft hat das mit sehr viel Leidenschaft mitgetragen. Ja, wir haben natürlich auch immer Jungs, wenn wir ihn einsetzen, besteht immer noch das Schwert des Punktabzuges. Da haben wir gesagt, nein, wir ziehen das als Mannschaft jetzt gemeinsam durch. Und wir stehen zu unserem Spieler. Und das war natürlich ein sensationelles Zeichen. Und falls irgendwas kommen sollte, was ja immer passieren kann in so einem Fall, dann würden Sie die Situation neu bewerten und sich dann dem Thema wieder widmen? Es kann immer wieder was nochmal auftauchen, wo wir jetzt nicht wissen. Das will ich auch gar nicht ausschließen, da bin ich ja auch zu lange dabei. Aber ich glaube, dass wir trotzdem dann, auch wenn dann vielleicht im Raum steht, da ist irgendwas falsch gelaufen, dass wir zu unserem Spieler stehen, ihm alle Unterstützung geben würden, dass er dann, wie auch immer dann geartet, trotzdem einen Boden unter den Füßen behält und nicht irgendwo ins Bodenlose fällt und wer weiß, was denken muss. Jemand, der auch schon lange dabei ist im Bundesliga-Geschäft, und damit steigen wir jetzt ein ins richtig Sportliche. Das ist Friedhelm Funkel. Und der hat eine Frage an Sie, wie sie klarer nicht sein könnte. Hallo Dieter, du bist heute beim Phrasenmäher und mich interessiert brennend die Frage, ob dir die gelben Karten für uns Trainer genauso auf den Sack gehen wie mir. Ja, es ist natürlich für uns Trainer im Moment wirklich ein Thema, was wir gar nicht haben wollten. Ich finde sie unsäglich. Ich finde das überhaupt nicht gut. Da bin ich voll beim Friedhelm. Ich glaube, dass wir Trainer gerade am Spielfeldrand immer eine Emotionalität ausleben sollten und auch müssen, weil irgendwo müssen wir auch mit dem Druck hin. Ich glaube aber auch, dass fast alle meiner Kollegen wissen, wie weit sie gehen dürfen, was den Respekt gegenüber dem Gegner angeht, gegenüber dem vierten Offiziellen angeht und auch gegenüber der Spielleitung. Ich glaube, das wissen wir schon, dass wir natürlich aus der Emotionalität, das wird oft angegeben als Grund, die würde ich gar nicht mal so sehen. Ich denke, es ist immer die besondere Situation eines Bundesligaspiels oder bei uns jetzt in einem Zweitligaspiel, wo du einfach eins willst, du willst gewinnen und du bist emotional dabei. Und ich weiß, ab und zu sagt man auch, der steht ja immer so rum, der sagt ja gar nichts. Und dann wird das auch wieder negativ gesehen. Also ich finde, eine gewisse Emotionalität ist absolut zulassbar seitens des Schiedsrichters, solange wie wir nicht persönlich anmaßend beleidigend werden, denke ich. Und ich glaube, es ist bislang sehr, sehr gut ohne funktioniert. Dann gab es meistens durch den Funkkontakt, den es ja mittlerweile auch gibt zwischen den Schiedsrichtern, den Hinweis nach außen, sagt dem Hacking mal, sollen wir ein bisschen ruhiger machen. Dann kommt ja meistens der vierte Offizielle und sagt, Hacking, ein bisschen ruhiger geht's doch. Und wenn man dann immer noch nicht Ruhe gibt, dann kommt doch mal der Schiedsrichter an einem vorbeigelaufenen Hacking noch einmal. Dann weißt du ja, wie weit du gehen kannst. Und ich glaube, das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde einfach, jetzt einfach nur die gelbe Karte unter die Nase gehalten zu bekommen, das ist dann auch, finde ich, respektlos gegenüber dem Cheftrainer in dem Moment bei allem, solange wie es nicht eben in irgendeiner beleidigenden Form ist. Sollte der DFB da die erfahrenen Trainer wie Sie, wie Friedhelm Funkel, mehr mit einbeziehen in solche Entscheidungen, in solche Regeln? Ich finde, das ist ein gutes Thema, was Sie ansprechen. Ich finde, dass wir deutschen Trainer, oder ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, aber dass wir Trainer oftmals in Fußballfragen überhaupt nicht gehört werden. Bei diesem Thema sind wir überhaupt nicht gehört worden. Gut, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die der DFB veranlasst hat, sondern das kam über die FIFA. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner, der diese Regel aufgestellt hat, sich mit uns Trainern mal darüber unterhalten hat, wie wir das finden würden. Und es gibt viele Dinge, wo wir Trainer uns außen vor fühlen. Das merkt man auch immer an unseren Trainertagungen. Ja, wo man oft so das Gefühl hat, ja, wo finden wir eigentlich statt? Da müssen wir auch selber kritisch mit uns sein. Was wollen wir? Wollen wir Einzelkämpfer bleiben? Wollen wir uns besser organisieren? Wollen wir als Gemeinschaft auftreten, für unsere Belange eintreten? Wir hatten jetzt letztens, bei der letzten Trainer kann ich sagen, ging es um die Kommission Fußball, die seitens DFB, DFL ins Leben gerufen worden ist. Da sitzt nicht ein Trainer drin. Kommission Fußball. Da fragen wir uns Trainer natürlich auch, ja gut, warum will man uns da nicht? Kommission, Nachwuchsleistungszentrum, wo es wirklich nur um Fußball geht, sitzt kein Fußballlehrer der 1. und 2. Liga in diesen Kommissionen. Wir haben jetzt mal den Antrag gestellt. Ich weiß, dass der Max Eberl den Vorschlag gemacht hat, wir sollten auch Trainer dazunehmen. Bislang haben wir aber noch nichts gehört, wer dazukommen soll. Weil ich glaube schon, dass es natürlich auch Themen gibt, die uns nicht interessieren als Trainer. Aber das geht den Sportdirektoren, wenn sie dabei sitzen. Ich weiß das von Max, da sind ein paar Themen dabei, die interessieren mich gar nicht. Und trotzdem gibt es natürlich auch Themen, wo Fußballtrainer, denke ich, sehr, sehr gut gehört werden können. Mit wem tauschen Sie sich besonders gerne aus unter den Trainerkollegen? Bruno Labbadia saß vor einigen Monaten an dem Phrasenmier-Mikro und sagte, es gibt da auch ein paar Energiefresser, da ziehe ich mich dann immer zurück. Ja, unter den Kollegen, ich glaube, erst mal ist es so, das, was ich sagen kann, dass wir ein gutes Miteinander haben. Das war nicht immer so. Ja, ich glaube schon, das merkt man an den Spieltagen. Man merkt es, wenn man sich mal auf so Trainertagungen trifft oder auch mal einfach beim Bundesligaspiel mal trifft, dass man einfach mal in die Kommunikation kommt. Ich hatte immer ein sehr, sehr gutes mit Thomas Schaaf. Damit als ich als sehr junger Trainer in die Bundesliga kam, war er für mich eigentlich immer so ein Ansprechpartner, wie man gewisse Dinge in der Bundesliga bewerten darf oder auch nicht. Mit dem tausche ich mich heutzutage immer noch mal hin und wieder sehr, sehr gerne aus. Ja, und an und für sich bin ich jetzt mittlerweile in der Rolle, wo man mich mal anruft und sagt, Dieter, wie siehst denn du das? Finde ich natürlich auch mittlerweile spannend, dass meine Rolle sich doch in dem Laufe der letzten Jahre ein bisschen verändert hat. Wer meldet sich da bei Ihnen? Ja, es sind junge Kollegen mit Julian Lagersmann. Zwei, dreimal haben mich ausgetauscht als Beispiel. Aber eben auch Trainer aus der zweiten Liga, die einfach mal bei mir ein Praktikum machen wollten, einfach mal bei mir über die Schulter gucken wollten. Gerade jetzt in meiner Zeit in Wolfsburg und Gladbach häufiger vorgekommen. Urs Fischer war jetzt mal da, bevor er bei Union Berlin seinen Job angetreten hat, war er mal für 14 Tage in Gladbach, wollte einfach mal die Abläufe kennenlernen. Und da merkt man schon, dass wir Fußballlehrer, denke ich, oftmals in einer eigenen Welt leben. Aber diese Welt ist fantastisch. Du kriegst so viele Facetten von jedem Kollegen geboten, wo du selber auch immer noch wieder was aus jedem Gespräch mit rausziehen kannst. Der Job ist auch fantastisch, weil es gut bezahlt wird. Sie haben kürzlich in einem Talk Sport trifft Politik in Hannover gesagt, Mensch, eigentlich sind die Gehälter für Profifußballer zu hoch. Der Durchschnitt verdient zu viel Geld, haben es kritisiert. Sind Sie für eine Gehaltsobergrenze? Nein, ich bin nicht für eine Gehaltsobergrenze. Ich glaube einfach, dass man sich sein Gehalt verdienen muss durch herausragende Leistungen. Und wenn ein Topspieler wie Lewandowski über allen steht in der Bundesliga, dann ist das für mich nachvollziehbar, auch für jeden Fan nachvollziehbar, dass dieser Spieler, den man unbedingt in der Bundesliga halten muss, als einen der Aushängespieler, dass diese Spieler mehr verdienen wie normal. Aber ich glaube, wenn eine siebenstellige Summe und das nicht mit einer Million, sondern drei, vier Millionen für Mittelmaß mittlerweile in der Bundesliga zum Teil bei den Spitzenklubs bezahlt wird, nicht bei den Klubs ab Platz 8, 9, 10 abwärts, dann halte ich das für sehr schwer nachvollziehbar. Leistungsorientierte Verträge überhaupt kein Problem. Wenn Leistung gebracht wird, wenn Siege eingefahren werden, aber von vornherein Grundsummen zu haben, die, denke ich, für mich überbezahlt sind, wehre ich mich einfach gegen, weil da fällt dann irgendwo das Verhältnis. Man weiß ja auch mittlerweile, dass über die monetäre Sache kann man viel machen, auch bei Berufssportlern nach wie vor. Aber wo bleibt noch die Emotion, wo bleibt noch die Motivation, wenn es nur noch über Geld geht? Und oftmals ist dann auch Geld ein Grund vielleicht ab und zu, dass man die Leistung auch nicht mehr bringt, weil man irgendwo weiß, ich habe ja alles. Sie haben in diesem Talk auch gesagt, dass irgendwann für Sie als Trainer der tägliche Stress, der Dauerdruck zu viel sein könnte. Wann ist für Sie Schluss als Trainer? Kann ich jetzt oder will ich jetzt noch gar nicht so großartig ein Alter nennen oder wie lange ich es noch machen will. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du mit jedem Tag mit Spaß zur Arbeit fährst und dich einfach darauf freust. Und wenn mir dieser Spaß irgendwann mal genommen ist, dann weiß ich, dass der Tag gekommen ist, dass ich es nicht mehr mache. Da bin ich im Moment weit von entfernt. Klar, in Hamburg läuft es gerade richtig gut oder es ist eigentlich nie richtig schlecht gelaufen bei meinen Stationen. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich relativ erfolgreich meine Vereine geführt habe. Aber man merkt schon, dass natürlich, ich bin jetzt seit 2000 Trainer, also im 19. Jahr als Cheftrainer, im 20. Jahr als Trainer einer Mannschaft verantwortlich. Da merkst du schon, dass du natürlich irgendwo auch mal eine Phase hast, wo du selber jetzt wieder dich anzutreiben, wieder die Motivation zu haben. Das zieht Kraft, aber im Moment, wie gesagt, macht es mir noch sehr viel Spaß. Und woher ziehen Sie dann die Kraft wiederum, die Sie brauchen, um den Job auszuüben? Es geht über Mitarbeiter, es geht über die Mannschaften, die man trainiert, sieht, dass man junge Leuten etwas mit auf den Weg geben kann, was jetzt mittlerweile nicht nur Fußball ist, sondern eben aus einer Lebenserfahrung ihnen doch einiges mit auf den Weg gehen kann, wie sie gewisse Dinge handeln können, wie sie mit Druck umgehen, wie sie mit Kritik umgehen, wie sie mit positiven Kritik umgehen können. Ja, und das macht mir einfach riesig Spaß, neben natürlich der Fußballfachkompetenz und dann sich mit jungen Leuten zu umgeben. Ich glaube, das sagt jeder Kollege von mir, dass man sich einfach auch viel jünger fühlt, als wie man eigentlich vom normalen Alter ist. Ja, und so geht es mir auch. Wie alt fühlen Sie sich aktuell? Also Mitte 40. Mitte 40, also zehn Jahre würde ich mir schon runterziehen, ja. Und das macht einfach riesig Spaß, weil man auch merkt, man kommt mit seiner Art immer noch bei den jungen Leuten an. Es hat sich natürlich auch in den 20 Jahren als Trainer schon sehr viel verändert. Ja, also es gibt, klar, Generationswechsel auch bei den Spielern wie bei den Trainern auch. Da muss man sich halt immer wieder aufs Neue drauf einstellen. Sitzen Sie dann manchmal da in der Kabine und denken sich, okay, worüber reden die gerade? Was hören die hier für Musik? Oder bekommen Sie das durch Ihre Kinder dann schon ganz gut mit? Also die Musik ist schon gewöhnungsbedürftig, ja. Also wer sich vor dem Spielen immer bei uns in der Kabine höre, das ist für mich keine Musik, ja. Also da ist wirklich... Was läuft da? Ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, was es ist. Von den Texten her, ich glaube Rick van Drongel ist der DJ. Das wollen Sie gar nicht wissen. Also das ist Musik, da habe ich nach fünf Minuten Kopfschmerzen, da muss ich rausgehen. Was sind das für Texte? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich höre da gar nicht hin. Es sind zum Teil englische Texte natürlich. Ich kann die Gruppen, das Rap, das ist... Ich bin jetzt nicht der große Musik-Fan, das hört man gerade raus. Da tue ich mich gerade schwer, das zu beschreiben, aber Till Müller, der könnte das... Der Pressesprecher vom HSV. Der könnte das vielleicht ein bisschen besser sagen, aber ich kann Ihnen nur sagen, nach fünf Minuten sage ich, hoffentlich sind die bald raus, dass wir hier die Musik abstellen können. Also das ist nicht das, was man auf den Ohren haben möchte oder ich nicht. Gut, beim HSV steht man zu einem schlechten Musikgeschmack. Man hat Scooter als Tormelodie, von daher ist das ja schon vorher klar gewesen, oder? Ja, aber das ist schon wieder nicht so verkehrt. Also diese Scooter-Hymne finde ich jetzt als Torhymne nicht so verkehrt. Ich glaube, wir werden diese Hymne auch heute nochmal hören in diesem Podcast. Kann schon sein, ja. Kann schon sein. Was reizt Sie danach mehr, wenn Sie irgendwann aufhören als Trainer? Ist es der Sportdirektoren-Posten? Von dem hatten Sie kürzlich mal gesprochen. Sie haben auch mal gesagt, Mensch, warum nicht der Job als Bundestrainer? Ja, ich bin gefragt worden, was kann ich mir vorstellen? Und wie gesagt, Bundes- oder Nationaltrainer generell mal, glaube ich, ist auch eine spannende Aufgabe. Ja, und man weiß nie, was Richtung in den nächsten vier, fünf Jahren alles passiert. Bei einem selbst, bei den Verbänden, die vielleicht auch in Frage kommen für mich, sowas zu machen. Das war das eine. Das zweite ist, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte mir vorstellen, auf die andere Seite zu gehen. Ja, weil ich schon glaube, dass du als Trainer natürlich auch sehr viel Erfahrung in vielen Bereichen machst. Und wenn du nicht immer tagtäglich nur von Sieg oder Niederlage abhängig sein willst, sondern wirklich mal strukturell an einer Sache zu arbeiten, in einem Verein ein neues Bild zu geben, eine neue Motivation zu geben, eine neue Ausrichtung zu geben mit einem Team, was hungrig ist, dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, das geht immer einher mit dem Punkt, wenn ich als Trainer nicht mehr arbeiten möchte. Und wenn der Punkt ist, kann es durchaus sein. Ich habe auch gestern mit jemandem unterhalten, war ich zum Abendessen verabredet, der fragte dann auch mal, was könntest du dir noch vorstellen? Ich kann mir auch vorstellen, wir sitzen hier im Nachwuchsleistungszentrum, meine ganze Erfahrung irgendwann mal im Nachwuchsleistungszentrum einzubringen. So wie als Vater der Kompanie so ungefähr, der jungen Garde. Mein ganzes Wissen an den jungen Trainerkollegen weiterzugeben, mein ganzes Wissen an die jungen Nachwuchsleute weiterzugeben, Berater einzufangen, die schon an 13, 14-Jährigen rumknabbern, mit den Eltern zu reden. Ich glaube, dass man da aus meinem Erfahrungsstaat heraus sehr, sehr viel und sehr, sehr viel gute Arbeit abliefern könnte. Und dann auch immer wieder an der Gestaltung deutscher Nachwuchsfußball. Wo stehen wir? Was können wir besser machen? Was müssen wir besser machen? Was würden Sie mit den Beratern machen, die an den 13-, 14-Jährigen rumknabbern? Ich bin da generell überhaupt kein Freund von. Ich finde auch, was uns Bundesliga-Vereine angeht, dass wir oftmals viel zu früh, viel zu schnell Kinder aus ihrem normalen Umfeld rausreißen, sie in die Bundesliga-Vereine holen, mit einem Riesenaufwand, wo zum Teil Dreifirma-Training ist für 12-, 13-Jährige, die dann eine Stunde Anfahrt, Stunde Abfahrt in Kauf nehmen müssen, die hier abends um 18 Uhr trainieren, dann irgendwann um 22, 23 Uhr zu Hause sind, morgens um 6 Uhr wieder aufstehen. Schule, ich halte das für viel zu früh, weil ich glaube, dass auch für die Persönlichkeit dieser jungen Leute das einfach zu verarbeiten sehr, sehr schwierig ist. Klar, der Antrieb über das Elternhaus und, und, und. Ich habe mal eine Diskussion mit Max Eber gehabt, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo ist noch der Reiz eines 10-, 11-, 12-Jährigen, wenn er schon zu Turnieren fährt, nach Amerika, nach Südamerika, nach Asien rüber, gegen Barcelona, Man United, gegen Bayern München spielt. Ja, wenn man sieht, diese Konzentrierung, auch gerade im Westen der Republik, wo ist der Reiz eines 12-Jährigen, der sechs Jahre lang immer gegen die gleichen Altersgruppierungen von Bayer Leverkusen, Köln, Schalke, Dortmund spielt, die kennen sich in und auswendig, dann irgendwann werden sie Profis. Und ich finde, es gibt immer noch die Chance, auch mit 13, 14 den Weg in die Bundesliga zu schaffen. Deshalb wäre ich immer ein Freund davon. Aber, auch das ist die Kritik dann, da muss man aber auch sehen, dass man eben die Nachwuchsarbeit im Amateurverein auch deutlich verbessern muss, die Ausbildung für Trainer muss besser werden. Das ist eben nicht nur, trotz viel, viel ehrenamtlichen Aufwand, den ich hoch genug einschätze, aber ich glaube, dass wir dann auch da sehen müssen, dass vielleicht auch bei diesem Verein Trainerlizenzen unabdingbar sind, um sich mit Kindern, Jugendlichen zu kümmern. Sie haben es eben angesprochen, die Nationen, die für Sie in Frage kommen würden, welche sind das? Hauptsächlich die deutschsprachigen, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Das sind schon Länder, wo man vielleicht auch mal sowas in Angriff nehmen könnte. Man sieht es ja jetzt Franco Foda als Einbeirsch, Marcel Koller, der ja auch schon in Deutschland gearbeitet hat. Das sind sicherlich Verbände, wo ich denke, ja, warum denn mal nicht, wenn das Interesse an meiner Person besteht. Aber da gibt es auch viel Konkurrenz. Der Vertrag von Jogi Löw läuft bis 2022. Sie werden dann 58. Eigentlich ein ganz gutes Bundestraineralter, oder? Weiß ich nicht. Man muss immer sehen, wo auch da die Entwicklung hingeht. Ich glaube schon, dass man seitens des DFBs sich auch Gedanken machen muss, das ist eine neue Trainergeneration im Umlauf. Ja, vielleicht auch mal einen ganz mutigen Weg einzuschlagen, einen jungen deutschen Trainer als Bundestrainer zu sehen. Also ich glaube schon, dass das spannende Aufgaben sind, wenn der Jogi irgendwann mal sagt, er will es nicht mehr machen. Ja, und das wird schon interessant werden. Mal angenommen, Sie könnten völlig frei entscheiden und ganz alleine entscheiden. Wie würde Ihre Karriere jetzt weiterlaufen? Was wären die nächsten Schritte? Was wäre der perfekte Weg für Sie? Erstmal muss ich sagen, habe ich für mich, glaube ich, den perfekten Weg gefunden bisher. Also ich glaube, wer kann das schon sagen, dass er jetzt seit die 14. Profisaison hintereinander spielt. In der Bundesliga war ich 13 Jahre hintereinander. Und was jetzt noch kommt, ist eigentlich Zugabe auf meine Trainerkarriere. Ja, natürlich das große Ziel, was wir in Hamburg haben, das weiß jeder. Ja, das ist eine richtig klasse Aufgabe, die richtig Spaß macht, das umzusetzen. Es läuft im Moment sehr, sehr gut nach unserem großen Personalumbruch. Das wäre natürlich das kurzfristige Ziel, dass wir im nächsten Mai etwas zu feiern haben. Aber dafür sind eben auch noch viel, viel Steine aus dem Weg zu rollen. Die wissen wir, die uns dann auch im Weg gelegt werden. Und dann wird man sehen, wenn es das uns gelingen sollte, dann haben wir sicherlich auch eine Bundesliga-Saison vor den Augen, die dann uns auch alles abfordern wird. Ja, und wenn es nicht gelingen sollte, das darf man auch realistischerweise nicht ganz außer Acht lassen. Man hat das im letzten Jahr gesehen, dass man dann in der Rückrunde dann das leider nicht geschafft hat. Ja, dann wird man sich neue Gedanken machen müssen, wie dann hier vielleicht die Gespräche mit dem HSV sein würden. Ob man dann sagt, okay, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, ich versuche nochmal was Neues wieder zu machen. Aber an dem Punkt, an der Fragestellung sind wir Gott sei Dank noch nicht. Als bekennender Bremer kann ich Ihnen sagen, Sie können sich auch Zeit lassen mit dem Aufstieg, Herr Hecking. Das kann ruhig zwei, drei, vier Jahre dauern. Ja, aber das wäre ja, wenn man gerade die aktuelle Form von Werder nimmt und sieht ja auch gerade so ein bisschen aus, als wenn Sie sich gerade im Moment ein bisschen nach unten orientieren, wobei ich das dem Florian Kohfeldt nicht wünsche. Nicht, dass wir irgendwann wieder das Umgekehrte haben. Nein, Sie wissen ja, die Tabelle, das ist immer so eine, gerade in dieser Phase, das ist eine absolute Moment. Herr Hecking, zwischen uns steht übrigens, wir sind an einem Punkt, wo ich Sie ruhig mal einbringen darf, nachdem wir uns jetzt schon so nett und angeregt unterhalten, die Phrase mehr Hupe. Sie kennen die vielleicht, die dürfen Sie zweimal nutzen, wenn Ihnen eine Frage gar nicht gefällt. Okay. Wann immer Sie das Gefühl haben, geht nicht mehr weiter, drücken Sie drauf, klingt so, kommt in diesem Raum richtig gut und ich darf Sie auch zweimal benutzen, wann immer mir eine Antwort nicht gefällt. Ich habe, glaube ich, nicht den Eindruck, dass es passieren wird. Ich wollte es nur erwähnen, aber sie steht da zwischen uns und wir kommen nämlich jetzt in den Bereich, wo auch alte Weggefährten vermehrt Fragen stellen werden, wie beispielsweise Max Eberl. Und wir hören mal rein in die erste Frage von Max. Erste Frage. Hallo lieber Dieter, ich freue mich sehr, dass du dich heute den Fragen des Phrasenmeers von Herrn Tramann stellen darfst, was ich an den überragenden Podcast finde. Hier wird meine erste Frage, wen du dir jetzt in Hamburg ausgesucht hast, der ständig mit dir die Kekse teilen darf. Ja, ich weiß, ich habe ihm die Frage auch gestellt. Ja, es ist so, dass wir Kekse gibt es nicht mehr so oft. Leider haben wir da noch keinen gefunden, der uns die immer hinstellt. Aber wir haben einen neuen Fable, das ist Milka-Schokolade. Hier in Hamburg? Hier in Hamburg, ja. Und da habe ich mit dem Tobi Schweinsteiger jemanden gefunden, der das genauso gerne mag wie ich, die Schokolade. Welche Sorte? Immer Vollmilch. Also es muss Vollmilch sein. Und der Tobi und ich haben den Kühlschrank immer gut gefüllt, was das angeht. Das heißt, wie viele Tafeln liegen da drin? Im Moment liegen, glaube ich, zwei ganz große drin und eine kleine. Ganz große heißt dann, das sind die Bretter, die man auch theoretisch an die Wand nageln könnte. Genau. Und im Moment, wir essen sie gerne nicht als Nervennahrung. Also wenn wir mal ein Spiel verlieren, dann ist es die Nervennahrung und im Moment sind es so die Glücksmomente. Also Kekse, leider Max, hier nicht so sehr. Gibt es einen guten Italiener in Hamburg? Ja, gibt es mehrere gute Italiener. Die zweite Frage von Max Ewaldi, die geht nämlich in Richtung Restaurant. Meine zweite Frage an Dieter wäre, wie er damit umgeht, dass sein Stammitaliener in Mönchengladbach, nachdem er leider im Sommer Mönchengladbach verlassen musste, seitdem nur defizitäre Geschäfte hat. Wie er sich damit fühlt, dass Domenico eben nicht mehr so viel Umsatz macht wie früher? Ja, da hat er vollkommen recht. Also Domenico war mein Stammitaliener. Ich glaube, dreimal die Woche war ich da essen. Auch mit Max ab und zu, mit dem Dirk Bremser sehr häufig. Domenico wünscht uns alles Glück der Welt, dass wir aufsteigen. Das merke ich, jeden Samstag bekomme ich alles Gute, danach fantastico. Ja, und er hat bislang noch nicht geschrieben, dass es ihm richtig schlecht geht, weil er ist eigentlich richtig gut und er kann auf so einen Stammgast wie mich, kann er sehr gut verzichten, weil ich weiß, dass andere füllen die Kassen trotzdem gut. Andere sind dann unter anderem Max Eberl? Ja, ich weiß, dass Rainer Bonhoff auch sehr häufig mit seinen Gästen in Gladbach dort essen geht. Also, dieser Italiener wird nicht untergehen. Jetzt lebt der Phrasenmäher natürlich nicht nur von Keksen, von Restaurantfragen, sondern manchmal geht es auch in die Tiefe und Max Eberl überrascht uns jetzt mit der, ich würde sagen, emotionalsten Frage, die je im Phrasenmäher gestellt wurde. Und Dieter, ich habe noch eine Frage an dich und die ist mir schon sehr, sehr wichtig, ob ich dich weiter meinen Freund nennen darf. Das ist natürlich eine Frage, dass die jetzt kommt, überrascht mich ein bisschen, weil ich glaube, dass wir gerade im Sommer haben wir natürlich sehr emotionale Gespräche gehabt. Das hat der Max, glaube ich, auch euch erzählt, wie das abgelaufen ist. Ist mir genauso gegangen. Natürlich aus meiner Sicht noch mit einer größeren Verärgerung wie bei ihm. Aber ich weiß nicht, ob das noch Thema wird heute, mein Abgang in den Mönchengladbach. In so circa 47 Sekunden, ja. Okay, dann will ich noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich kann eins sagen, also Max Eberl wird immer für mich ein Freund bleiben, weil diese zweieinhalb Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, die waren vom größten Vertrauen geprägt. Das kann man, ist vielleicht jetzt ein Widerspruch, wenn man jetzt gleich nochmal über den Abgang redet, aber ich weiß das sehr zu schätzen und ich werde auch gleich sagen, warum ich mit dieser Entscheidung am Ende des Tages trotzdem umgehen konnte. Legen Sie los. Ja, es ist also so, dass natürlich wir im letzten Jahr eine außergewöhnlich gute Vorrunde gespielt haben und wir mit 33 Punkten weit vorne mit dabei waren. wir dann leider nicht so eine gute Rückrunde gespielt haben, dass wir die Champions League erreicht haben am Ende des Tages, sondern nur Europa und ich weiß, dass Max mir im Dezember 2016, als ich in Gladbach angefangen habe, war, er sagt, pass auf Dieter, wir brauchen jetzt einen, der das Ding hier wieder stabilisiert, wir brauchen dann jemanden, der uns wieder nach vorne bringt und der uns am Ende des Tages wieder nach Europa führt. so und das war ein zweieinhalb Jahresplan, den ich zu 100 Prozent erfüllt habe, also die Aufgabe, die man mir gestellt hat, habe ich gelöst und trotzdem merkt man natürlich auch ein Stück weit so die Stimmung in Gladbach, man nimmt das wahr, als Trainer wird man, ich will nicht sagen geliebt, aber es gibt dann immer so ein Murren und das war dann in Gladbach auch so, weil was mir gefehlt hat in Gladbach, das muss ich ehrlicherweise sagen, war so ein bisschen das Vertünen in den entscheidenden Spielen. Das fing an im ersten Halbjahr, als wir gegen Schalke im Europapokal ausgeschieden sind, durch einen Maulwurf, der sich im Fünf-Meter-Raum bei uns verkrochen hatte, wo... Beim HSV gibt es auch Papierkugeln. Ja, Papierkugeln, da müssen wir vorsichtig sein, dass die nicht wieder auf den Platz kommen. Ja, dann haben wir das Pokal-Halbfinale im Elfmeterschießen verloren gegen Frankfurt und das waren so zwei sehr, sehr emotionale Abende für die Gladbach-Fans, nicht geschafft. Dann wurde eigentlich der geschaffte Klassenerhalt und die Einstelligkeit, die wir dann trotz der schwachen Vorrunde noch geschafft haben, wurde dann nicht mehr als Erfolg gewertet, sondern war dann normal. Es war ja viel mehr drin. Dann in dem Jahr drauf haben wir wieder eine gute Vorrunde gespielt, haben dann ein riesen Verletzungsbech bekommen in der Rückrunde, wo wir das Niveau nicht halten konnten, sind wieder knapp an Europa gescheitert und da war auch schon das Murren so ein bisschen zu hören, als hätte der Richtige, das kriegt man ja auch mit als Trainer. Und jetzt nach den zweieinhalb Jahren war es dann so, dass wir gesagt haben, oder man das auch wieder so gespürt hat, es läuft wieder in der Rückrunde nicht so rund und es kam wieder Kritik auf, hatten im November den Vertrag verlängert, auch von meiner Seite bewusst nur ein Jahr. Viele haben sich gewundert, Mensch, es läuft doch so super, wieso verlängern die nur ein Jahr den Vertrag, ist das jetzt clever, was soll das? Aber auch da haben Max und ich sehr offen darüber gesprochen und diskutiert, ich hätte es leicht haben können, ich sage Max, pass auf, ich unterschreibe für drei Jahre. Ich glaube, dass der Max am Ende des Tages mir nicht drei Jahre oder zwei Jahre hätte ich wahrscheinlich bekommen. Und wir dann aber auch gesagt haben, aber wir wissen, die Haltbarkeit eines Trainers, so nach drei Jahren wird es eng. Und das habe ich genauso gesehen, und ich habe gesagt, pass auf, wenn wir das jetzt schaffen, dieses große Ziel, ich würde gerne das nächste Jahr dann mitnehmen mit Europa, ob Champions League oder Europa League, das wäre doch ein super Abschluss dann und nach dreieinhalb Jahren zu sagen, wir machen beide was Neues. Das war die Idee hinter dem Einjahresvertrag. Und dann kam die Rückrunde, lief nicht so rund, wie wir uns das gewünscht haben. Dann weiß ich, dass wir in Düsseldorf das Derby verloren haben, richtig schwach gespielt haben und dann am Sonntag war noch ein Brunch mit der Mannschaft, wo ich die Mannschaft eingeladen habe, mit Frauen, um uns nochmal für die letzten sieben Spiele zu stimulieren, nochmal eine emotionale Ansprache gehalten und danach bin ich weggefahren, bekam sehr viele Rückmeldungen seitens der Mannschaft auf meiner Heimfahrt und da war unter anderem auch ein Anruf von einem Journalisten, der sagte, ob ich, ich glaube, Wonti war es, Wonti Talk, hätte ein Journalist gesagt, dass Marco Rose ein neuer Trainer in Gladbach wird. Kann ich mir nicht vorstellen, ich hatte andere Informationen, ich wusste von Jörg Schmattke, dass er sich sehr viel Hoffnung machte, dass er nach Wolfsburg kommt und ich habe immer nur gehört, Schalke oder Wolfsburg, kann ich mir nicht vorstellen, habe andere Informationen, bekam dann natürlich so ein bisschen, habe das aber auch abgetan und am Sonntagabend, dann kam dann die SMS von Max, dass er sich gerne mit mir mal treffen wollte, er wäre in der Nähe, er würde mal gerne in Bad Nendorf vorbeikommen und wirklich, ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht, er will jetzt über die letzten sieben Spiele reden, müssen wir noch irgendwas verändern, nochmal alle Kräfte bündeln, und ich habe gesagt, okay, dann kam er und er setzte sich mir hierüber, auch wie wir gerade, erst drei Minuten Smalltalk und dann ging es aber gleich, er hat es eingemacht, er hat gesagt, ja Dieter, ich will im Sommer was verändern und er hat gesagt, oh, der hört auf, ja, der geht, was weiß ich, zum anderen Verein oder macht Schluss oder will einfach nicht mehr, dann gucke ich ihn an, ja, und? Ja, ich hole einen anderen Trainer und das ist natürlich bei mir eingeschlagen wie eine Bombe und ich habe gesagt, ja, wen? Ja, Marco Rose, das kann ja nicht sein, das habe ich gestern gehört und heute sagst du mir das und ja, dann war das relativ schnell dann dieses Gespräch beendet, wir hatten uns dann noch so, er hat mir dann das nochmal versucht zu begründen und an dem Tag war jede Begründung überflüssig. Wie geht man da auseinander? Ja, wie geht man auseinander? Der Trainer ist getroffen, der Max, glaube ich, war erleichtert, dass das Gespräch hinter ihm war und ich habe ihm dann nur gedacht, Max, muss ich jetzt mal sacken lassen, ich melde mich. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen komme. So, das war meine erste Reaktion und dann habe ich übermittags so ein, zwei Telefonate geführt, unter anderem mit Jörg Schmadtke auch, mit dem ich sehr gut befreundet bin und mit dem ich mich gerne über Fußball und auch so über solche Dinge mal austausche, weil der Jörg ja auch immer einen anderen Ansatz manchmal hat, so von der Denke her und als er mir dann sagte, ja Dieter, ich habe das schon in Dortmund am Samstag gehört beim Spiel, der Michael Zorc hat da schon mal so eine Andeutung gemacht, so von wegen Marco Rose, nicht Wolfsburg, der wird wahrscheinlich nach Gladbach gehen, hätte er gehört. Das geht ja dann schnell in der Branche auch rum. Das hat mich natürlich noch mehr getroffen, weil ich sagte, also es geht ja schon länger hinter meinem Rücken und das habe ich nicht verstanden, weil da habe ich ihm auch gesagt, Max, ich glaube, dass wir so ein offenes Verhältnis hätten, dass wenn du was anderes im Kopf hast, hat er mir dann irgendwann ein paar Tage später gesagt, er war sich nicht sicher, ob er Marco Rose bekommt. Ja, und er hatte diesen Trainer getroffen, er fand ihn mit seiner Spielidee für Gladbach passend und er wollte was Neues machen. Klar, dann gibt es immer Argumente, die du als Trainer dagegen lieferst, wo ich dann auch sage, ja gut, Max, Sommer vor einem Jahr haben wir gesagt, wir müssen was Neues machen. Wir sind vom 4-4-2, was jahrelang in Gladbach gespielt worden, erfolgreich gespielt wurde, weggegangen zum 4-3-3. Ich habe dir immer gesagt, wir brauchen ein Minimum in drei Transferperioden, bis wir das so stehen haben, wie wir das brauchen. Wir brauchen mehr Dynamik, wir brauchen mehr körperliche Präsenz in der ersten Reihe vorne. Deshalb sah ich diesen Umbruch noch nicht als abgeschlossen an und hätte mich natürlich dann auch gerne mit diesen Personalien, die jetzt auch getroffen wurden in Gladbach, den Thüram war schon zu meiner Zeit, als ich Trainer war, wurde schon in der Scouting-Sitzung über ihn gesprochen und wir haben alle gesagt, den holen wir. Und das sind halt so Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen. Und dann denkst du, warum? Und dann hat Max mir das nochmal aus seiner Sicht erklärt und dann muss ich auch ehrlich sagen, die Erklärung, so bitter sie war, ich fand sie trotzdem aus seiner Sicht jetzt mal, ich habe mich dann wirklich in die Lage von Max versetzt, er sagt, Dieter, es ist halt so, ich würde gerne was Neues machen, ich habe hier jetzt die Chance, einen Trainer zu bekommen, den ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr bekomme, weil er vielleicht dann beim anderen Bundesligisten unter Vertrag ist, den ich für wahnsinnig spannend halte und ich glaube, dass er diesen Umbruch weiter vollziehen kann. Nicht, dass ich dir das nicht zutraue, aber ich glaube, wir brauchen einfach nochmal frischen Wind. Und so in etwa ist das Gespräch dann nochmal ein paar Tage später abgelaufen, ein bisschen emotionalen Abstand dann dazu, habe ich dann gesagt, okay, das ist vielleicht, er hat mich vielleicht, dass ich dann so relativ dann nicht locker, aber diese Begründung von ihm akzeptieren konnte. Und damit habe ich mich dann auseinanderzusetzen gehabt und habe dann gesagt, ja, was heißt das jetzt für mich? Und dann hat Max, klar, ich sage es dir, er wollte es mir frühzeitig sagen, damit ich die Chance habe, vielleicht im Sommer trotzdem irgendwo anders einzusteigen. Na gut, das werden wir jetzt mal abwarten. Und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was machst du jetzt? Das war wirklich mal so vom Kopf gestoßen, mit aller Nicht-Emotionalität dann nochmal alles hinterfragen, gut, okay, kann man aus Gladbacher Sicht, auch aus Max-Ebersicht, ein Stück weit nachvollziehen, nicht gleich am ersten Tag, aber so nach 14 Tagen, drei Wochen, da habe ich gedacht, gut, okay, du machst jetzt hier deinen Job zu Ende und bringst ihn nach Europa. Wie sah das in den ersten Tagen aus? Da haben Sie ihn wahrscheinlich das eine oder andere Mal verflucht. Nein, nicht verflucht. Also ich glaube, das eine meiner großen Stärken ist, dass ich eigentlich meinem Gegenüber immer erstmal das Positive abnehme. Ja, und ich weiß, dass dem Max diese Entscheidung wahnsinnig schwer gefallen ist. Ja, weil wir eben gerade diese enge Beziehung hatten und dieses enge Vertrauen zu halten. Es ging ja nicht nur um Fußball bei uns, es ging ja auch um deutlich mehr Gesprächsthemen, die jetzt hier in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben, wo man auch gemerkt hat, das ist ein Freund einem gegenüber und das war so etwas, wo ich gespürt habe, ja, das ist ihm sauschwer gefallen und warum soll ich ihn jetzt dafür verdammen, wenn ich mit ein bisschen Abstand es auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehen kann, warum er diese Entscheidung trifft. Dass ich der Betroffene war, dass ich für mich dann neue Rückschlüsse und neue Wege finden muss, ja gut, das ist das Karriereleben eines Trainers, der muss oftmals sehr spontan auf gewisse Situationen reagieren. Oftmals war es bei mir im positiven Fall. Jetzt war es mal ein negativer Fall und die ersten Tage waren nicht einfach, weil ich habe auch noch einen Co-Trainer, der noch ein bisschen emotionaler ist als ich, der Dirk, der braucht gar nicht mehr reinkommen, will der hier noch, der braucht gar nicht mehr in unseren Sitzungen teilnehmen. Aber da habe ich ihm auch gesagt, Dirk, pass auf, das ist der falsche Weg, wir brauchen den Max auch, um unsere Ziele zu erreichen und es macht jetzt null Sinn, vor der Mannschaft, jetzt irgendwo hier so zwei Themen aufzumachen, da der Eberl, da der Hecking, wir müssen es gemeinsam angehen und dafür brauchen wir den Max genauso, wie wir ihn vorher auch gebaut haben. Dirk Bremser werden wir später auch noch hören, der hat auch noch ein paar Fragen an Sie. Bremse, wie er sich selbst nennt, wie er auch genannt wird, hat schon im Phrasenmeer mit Fragen an Friedhelm Funkel sehr überzeugt, also das ist, wirklich, hat er ein großes, großes Talent. Die nächste Frage kommt aus Gladbach von Matze Ginter. Hallo Trainer, Matze Ginter hier. Ich wollte mal wissen, was denn er den Weg von Gladbach nach Hamburg geschafft hat. Den Ärger jetzt auf dem Laufband oder vielleicht doch eher so die Süßigkeiten und Keksschachtel im Trainerbüro? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich zum Abschied ein Laufband geschenkt bekomme, weil so viele Kilometer, wie ich da drauf abgespult habe, hat glaube ich keiner. Ich hatte leider nicht die passende Laufstrecke in Gladbach. Es gab da eine, das war aber so zugig und so windig, so ein offenes Feld, da hat es keinen Spaß gemacht. Und deshalb war ich häufig auf dem Laufband und habe die Jungs dann bei ihren zum Teil Kräftigungsübungen beobachtet. Ich muss dazu sagen, dass der Kraftraum für mich früher als Spieler ein Gräuel war. Ich habe jeden verflucht, der mich da reinholen wollte und jetzt war ich dann immer auf dem Laufband und die Jungs haben sich immer glaube ich einen Spaß draus gemacht, wenn sie meinen leicht hinkenden Laufstil auf dem Laufband gehört haben. Sie wussten immer, da trampelt der Trainer wieder drauf rum. Also das Laufband hätte es verdient gehabt, mit mir den Weg nach Hamburg anzutreten. Was haben Sie stattdessen bekommen zum Abschied? Zum Abschied haben wir bekommen eine tolle Idee seitens der Mannschaft, muss ich wirklich sagen. Und zwar haben sie nachgestellt mit einem Bindfaden unsere, ich weiß gar nicht, gefühlten 100 Pässe beim Auswärtsspiel auf Schalke bis zum Tor. Wir haben 80 oder 85 Pässe gespielt, ohne dass Schalke einmal am Ball war. Und die Krönung war dann das 2-0, glaube ich, von Florian Neuhaus. Und das hat man uns, ich glaube auch dem Dirk, genau das Gleiche, uns nachgestellt, diesen außergewöhnlichen Spielzug. Und das ist dann eingerahmt oder wie kann ich das vorstellen? Ja, hängt bei mir im Büro, ist nicht eingerahmt, also es ist ein offenes Bild. Wie gesagt, mit jedem gespielten Pass ist eine kleine Nadel dann auf diesem Brett gewesen und ein Spielfeld und ist eine tolle Idee gewesen. Sehr kreativ. Auf jeden Fall. Matze Ginter begrüßt Sie mit Hallo Trainer. Das zeigt auch, dass da noch eine gewisse Nähe vorhanden ist, oder? Ja, ich glaube, das ist eine meiner großen Stärken oder auch die große Stärke auch unter anderem von Dirk, dass wir eigentlich in den Arbeiten mit unserer Mannschaft sehr viel Wert aufs Menschliche legen. Ich glaube, dass das eine große Qualität von uns beiden ist, dass wir versuchen, die Spieler mitzunehmen, dass wir ihnen nicht nur auf dem Fußballplatz den Weg führen wollen, sondern eben auch für sie da sind, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, wenn sie mal Probleme haben, dass sie wissen, dass die Trainertür bei mir immer offen steht, dass man mit mir auch über private Dinge reden kann und wenn man auch will, auch mal eine Hilfe bekommt oder mal einen kleinen Hinweis bekommt, wie man vielleicht gewisse Dinge auch leben kann oder wie man damit umgehen kann. Ich glaube, das spüren die Spieler und wie gesagt, ich pflege jetzt nicht regelmäßigen Kontakt zu meinen Ex-Spielern, aber man merkt schon, dass man da ein bisschen was hinterlassen hat. War das die größte sportliche Niederlage, dieses Ende in Gladbach, das Sie je erlebt haben? Ja, das kann man schon sagen. Also da war schon die Enttäuschung, etwas erreicht zu haben, was man am Ende des Tages nicht mit Leben füllen darf, sprich Europa, weil ich habe im Endeffekt in meiner Trainerkarriere bislang drei Saisons gehabt mit Europa, einmal mit Alemanni Aachen als Zweitligist, dann mit VfL Wolfsburg, ein Jahr Europa League, ein Jahr Champions League. Das ist auch für jeden Trainer das Nonplusultra, diese Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Spieltage. Ja, das ist nochmal das Besondere an einem normalen Bundesliga-Spieltag. Ja, das ist auch Emotion, Begeisterung, Leidenschaft, aber dann am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag die Hymne von der Champions League oder von der Europa League zu hören, das macht nochmal das Meer aus und das hat man mir so ein bisschen genommen. Wie gesagt, ich habe es versucht zu verstehen, habe es am Ende auch irgendwo für mich verstanden und trotzdem so die ersten ein, zwei Spiele von Gladbach in Europa League wollte ich mir nicht angucken. Mittlerweile schauen Sie zu? Ja, ich habe mich sehr gefreut jetzt gegen AS Rom, fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Nein, ich freue mich auch über die Entwicklung, die die Mannschaft jetzt macht. Ich glaube, es ist nichts Überraschendes, doch es ist schon überraschend, dass sie Erster sind, das muss ich schon sagen, auch weil es am Anfang gerade auch noch nicht ganz so rund lief, aber sie haben sich jetzt deutlich stabilisiert, sie haben trotz auch jetzt doch einiger Verletzten es geschafft, immer wieder sehr, sehr guten Fußball zu spielen, offensiven Fußball zu spielen und das freut mich schon, dass diese Entwicklung, die vielleicht mit mir angefangen hat, jetzt von Marco so erfolgreich weitergeführt wird. Das heißt, Sie sind da entspannt und schauen nicht nach Gladbach und wünschen denen beispielsweise in der Europa League gegen Wolfsberg dann mal so ein kleines Debakel zu Hause. Nein, nein, also da, das war vielleicht, wäre das vor acht, neun, zehn Jahren passiert, wäre das vielleicht auch noch eine andere Reaktion von mir gewesen, aber ich glaube, da bin ich einfach so gewachsen, so als Persönlichkeit auch gereift, dass ich bei der allergroßen Enttäuschung, die dann da war, aber dann irgendwann auch gönnen kann und mich einfach freut, dass meine Spieler, die ich immer noch als meine Spieler so ein bisschen sehe, wenn ich über Gladbach rede und wenn ich jetzt sehe, wer da alles wieder spielt, das freut mich, dass die Jungs diesen Weg weitergehen, dass sie erfolgreich spielen und wie gesagt, da ist nichts hängen geblieben. Ist es so eine Erfahrungsgeschichte, dass Sie halt im zunehmenden Alter mit mehr Erfahrung dann auch auf manche Dinge dann entspannter schauen können? Damals war beispielsweise auch in Gladbach ihr Gehaltszettel plötzlich veröffentlicht worden. Sind das so Momente, die man mitnimmt und dann? Ja, man wird mit dem Alter gelassener, weil man irgendwo denkt, man ist nicht mehr zu erschüttern. das sind Dinge, die kann man nicht lernen. Das ist wirklich Erfahrung, das ist, man hat eine Geschichte nicht einmal erlebt, sondern schon 20 Mal erlebt. Man weiß, wie man darauf zu reagieren hatte. Wir hatten auch ein paar Momente, ich weiß noch, Tod Junior Malander zum Beispiel in Wolfsburg, eine sehr schwierige Situation oder ich weiß noch, da war ich zwar nicht mehr Trainer in Hannover, als Robert Enke sich das Leben genommen hat. Das waren schon Momente, wo du denkst, puh, du hast den drei Jahre trainiert, den Robert und hast davon nicht so viel mitbekommen. Also ich hatte schon ein paar Momente in meiner Trainerkarriere, die mich natürlich geprägt haben, auch Entscheidungen zu treffen, zu sagen, in Hannover, ich biete meinen Rücktritt an oder in Nürnberg zu sagen, ich würde gerne zum VfL Wolfsburg wechseln. Das sind alles Dinge, die man natürlich erlebt hat und gelebt hat. Und deshalb glaube ich schon, dass man mit gewissen Dingen einfach viel, viel gelassener umgeht. Diese Nummer damals mit dem Gehaltszettel, der plötzlich im Internet auftauchte, was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, das war nicht gut, überhaupt nicht gut, weil man natürlich nicht wusste, wo die undichte Stelle ist. Das wird man nicht rausbekommen. Mein Pech war, ich glaube, ich weiß, wo der Gehaltszettel gelegen hat, nämlich in meinem Trainerbüro. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das ein Raum ist, der Privatsphäre ist und auch davor geschützt ist. Aber es war eben an dem einen Tag, normal lasse ich die Zettel nie liegen. Aber wir waren, wir haben die Freitags bekommen, sind dann zum Auswärtsspiel gefahren und dann lag der Zettel halt Freitag, Samstag, Sonntag in meiner Ablage auf dem Schreibtisch. Da kommt ja nicht jeder rein. Da kommt nicht jeder rein, genau. Das heißt, wo war dann der wunde Punkt? Der wunde Punkt war, ja, ich weiß es bis heute nicht. Ich habe das, wir haben es dann auch. Ist das denn irgendwie eine, ich weiß nicht, eine Putzkolonne oder Mitarbeiter? Ich kann es nicht sagen. Wer sowas macht, weiß ich nicht, was in dem Kopf vorgeht. Sowas zu veröffentlichen, sowas ins Internet zu stellen. Ich glaube, es ist auch schon anderen Leuten passiert, dass persönliche Dinge im Internet gelandet sind. Ich kann diesen Leuten nur alles absprechen. Sie sind jetzt Trainer beim HSV und Gladbach steht in der Tabelle gut da, der HSV steht gut da und trotzdem werden sich diese beiden Jobs wahrscheinlich komplett voneinander unterscheiden, oder? Was die tägliche Arbeit angeht, nicht. Für mich ist es egal, ob ich in der dritten Liga, in der zweiten Liga oder in der ersten Liga arbeite. Ich glaube, die Arbeit muss immer gleich bleiben, weil du hast hier irgendwo auch einen Fahrplan ja erarbeitet oder du weißt, wie deine Abläufe zu sein haben, um gut zu sein. Du hast die Erfahrung, du weißt, was einer Mannschaft gut tut, was einer Mannschaft weniger gut tut. Das hast du alles drauf. Was natürlich in Hamburg ist, du arbeitest in einer Weltstadt mit fast zwei Millionen Einwohnern. Das ist natürlich bei allen meinen vorangegangenen Stationen weniger gewesen, ob das Gladbach war, Wolfsburg, Nürnberg, Aachen, auch Hannover als Landeshauptstadt. Da hat natürlich Hamburg noch mal eine ganz andere Stahlkraft als Stadt. Dann kommst du zu einem der traditionsreichsten Vereine in Deutschland, die sportlich in den letzten Jahren alles andere als erfolgreich waren, die mehr mit Negativschlagzeilen behaftet waren und eigentlich jeder schon, eigentlich jede Woche drauf gehofft hat, was kommt dann wieder Neues aus Hamburg. Das als Außenstehender, Hamburg hat wieder das Fettnäpfchen gefunden. Das waren halt sehr, sehr viele Fettnäpfchen in der Vergangenheit. Und als jetzt die Anfrage im Sommer kam, glaube ich, hat man am ersten Moment gar nicht gedacht, dass Dieter King sagt, ich mache das. Dann haben mich die ersten Gespräche geführt und habe für mich eigentlich so gesagt, das ist eigentlich vielleicht genau jetzt die Herausforderung, die du nach der Enttäuschung in Gladbach haben willst. Die Bundesliga war für mich ein Stück weit Normalität geworden. Ich sage das immer so schön, ich kenne jeden Zeugwart, ich kenne jedes Stadion, ich kenne jedes Hotel in den Auswärtsstädten, wo wir unterwegs waren. Ich kenne die Gegner, ich kenne die gegnischen Trainer und für mich war irgendwo der Reiz auch zu sagen, hey, beweis dich nochmal in der zweiten Liga, wenn du es schaffst, diesen HSV auf Kurs zu bringen Richtung erste Bundesliga. Mit deiner Art, glaube ich, könnte das passen. Das war so das Selbstvertrauen, was man auch haben muss, glaube ich, dass man sagt, man stellt sich diese Aufgabe nach der riesen Enttäuschung im letzten Sommer, dass man den Aufstieg, den Wiederaufstieg nicht geschafft hat. dann weißt du ja auch und in den Gesprächen kam klar aus, aber Geld, so viel ist nicht da und wir müssen ihnen sagen, wir brauchen einen riesen Umbruch, aber wir werden keine großartigen Spieler aus der ersten Liga verpflichten können. Das heißt, wir müssen mit jungen, hungrigen, sehr guten Zweitligaspielern versuchen, das Thema anzugehen. Wenn sie dazu bereit sind, dann können wir uns das gut vorstellen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe gesagt, ja, das hört sich spannend an, eine Garantie bekomme ich nicht, dass wir den Aufstieg schaffen. Auch ich kann das nicht geben, auch jetzt nicht geben, wenn es im Moment auch sehr positiv sich anlässt. Aber diese Herausforderung war da und es war so, das ist auch so eine kleine Anekdote aus meiner Trainerkarriere, als ich Trainer in Lübeck war, haben wir hier mal ein Spiel beobachtet, HSV 2 gegen Rot-Weiß Essen. Mit Dirk Bremser zusammen saßen wir im Volksparkstadion nebeneinander auf der Haupttribüne. Dann sagt der Dirk so, unser Ziel muss es einfach mal sein, da unten beim HSV als Cheftrainer zu arbeiten. Und ich weiß, oder ich kann es ja jetzt sagen, der HSV hat schon zweimal um mich gebuhlt. Ich kann jetzt nicht genau dieses Jahr sagen, aber 2009 und 2012 waren, zweimal hat der HSV angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da war aber der Zeitpunkt nicht dafür da, nach Hamburg zu gehen. Und dann, ja gut, ein drittes Mal solltest du vielleicht diese Chance nicht nutzen, diesen wirklich sehr, sehr großen Verein zu übernehmen, der allerdings ein ganz normaler Zweitliga-Verein ist. Das hört sich vielleicht als ganz krasser Widerspruch an. Jetzt bluten allen Hamburger das Herz. Nein, ja, das kann gut sein, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du diese Situation annimmst. Wenn du dich immer als der große HSV siehst und du fährst als großer HSV nach Sandhausen und hast du das Gefühl, was soll uns denn passieren? Wir sind nur der große HSV. Dann geht es in die Hose. Und ich habe versucht, alles erstmal auf ein normales Maß runterzubrechen, zu sagen, natürlich weiß ich, dass du hier bei einem nicht normalen Zweitligisten arbeitest. Ja, aber das hat Stuttgart das gleiche Problem. Ja, Hannover, Nürnberg, die wollen auch lieber in der Bundesliga wieder sein. Aber diese Vereine haben es eben verdientermaßen im Moment nicht realisieren können, in der Bundesliga zu spielen. Also musst du ja diese Situation in der zweiten Liga annehmen. Und wenn du da überheblich bist oder glaubst, irgendwo hinzufahren, nur weil du die Raute auf der Brust hast, gewinnst du das Spiel, wird es nicht gelingen. Weil dafür ist jeder gegen uns top motiviert. Jeder Spieler des Gegners geht an die 100% ran. Jeder geht an die Machbarkeit ran, an das maximal erlaubte in den Zweikämpfen ran. Die Zuschauer sind noch emotionaler dabei vom Gegner. Unsere Fans machen auch ein Riesenspektakel. Also es ist etwas, wo du erstmal mit lernen musst, umzugehen. Und dann kommt hinzu, dass wir eine Mannschaft haben in diesem Jahr, wo sehr wenige Spieler bislang mit so einem Druck umgehen mussten. Sprich, dieses Jahr wird irgendwo erwartet, jetzt muss es aber gelingen. Was ist, wenn es nicht gelingt und diesen Druck hat diese junge Mannschaft und da sind Spieler dabei, die bislang aus Darmstadt kommen, aus Bochum kommen, aus Ingolstadt gekommen sind, von St. Pauli und seinem Nachbarn gekommen sind, aus Holstein-Kiel gekommen sind. Ja, die machen gerade den nächsten Schritt ihrer Karriere. Sprich, weg von einem guten Zweitligisten, der aber irgendwo wahrscheinlich nie die Ambition hat, Bundesliga zu spielen, hin zu einem absoluten Favoriten neben den drei Bundesliga-Absteigern. Und das ist ein enormer Schritt, den die Mannschaft bislang im Schnelldurchlauf sehr gut gemeistert hat. Ich habe mal geguckt in unserem Archiv und habe festgestellt, das entscheidende Gespräch damals mit Klaus Alofs vor einem Wechsel nach Wolfsburg fand bei Ihnen zu Hause in der Küche statt. Das Gespräch mit Max Eberl fand bei Max Eberl in der Küche statt. Das ist der erste Gespräch, als Sie nach Gladbach gegangen sind. Und der HSV war ebenfalls bei Ihnen zu Hause. Ist so ein Heimspiel, so ein Gespräch in der Küche im Wohnzimmer, ist das genau Ihr Ding? Nein, es ist nicht mein Ding, aber ich wohne überragend. Da kommt keiner hin, da sagen sich Hund und Katze Gute Nacht und Hase und Igel treffen sich und da wohne ich. In der Nähe von Bad Nenow im schönen Niedersachsen. Ja, genau. Und wenn da ein Audi vorfährt oder eine Opel Corsa vorfahren würde und da würde ein Manager einer Bundesliga aussteigen, ich glaube, dass meine Nachbarschaft den gar nicht kennen würde. Und das macht diesen Ort so gut für geheime Treffen. Ich weiß, dass wir da mit Julian Draxler gesessen haben, Vertragsgespräche geführt haben, dass Sonny Kittel da war. Ja, also da wurden schon einige Transfers auch eingefädelt. Sollten wir da mal so ein Bildbüro aufbauen? Ja, aber in der Nachbarschaft? Ja, könntet ihr, aber der Ort gehört mir noch nicht ganz, aber die Pacht ist sehr hoch. Der Ort gehört mir noch nicht ganz. Das klingt auch sehr gut. 70 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Ich komme aus dem schönen Suling und da kann man gut so über die Dörferrichtung Bad Nenendorf. Suling hat ein sehr gutes Bauunternehmen, die unter anderem mit an diesem Umbau des Resthofes mit dabei waren. In Bad Nenendorf. Und jetzt quälen sie sich immer über die Autobahn nach Hamburg, machen aus dem HSV einen völlig anderen Verein und deshalb hat ihr, und jetzt kommt es, Präsident, Aufsichtsrat und Spieler der dritten Mannschaft vom HSV. Marcel Janssen, eine Frage an Sie. Moin lieber Kai, moin lieber Dieter. Meine Frage ist, wie war deine Sichtweise auf den HSV bevor du Trainer wurdest und wie ist deine Bewertung jetzt nach einigen Monaten? Thema Umfeld, Thema Aufsichtsrat, Thema Gesamtverein, eventuell auch, wie nimmst du den Gesamtverein wahr? Das Thema EV wird mich sehr interessieren und ich denke, die Fans auch. Viel Spaß in die Runde und bis bald. Ja, also ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen, so wenn man mal auf die letzten Jahre zurückblickt, glaube ich, gehen wir noch ein ganz weites Stück zurück. Früher, zu meiner Jugendzeit, ich glaube, das erste Mal, der erste Spieler, der mich so richtig gepackt hat, das war Uwe Seeler. Dieses Hinterkopf-Tor, was er gemacht hat, fand ich einfach, das war ein Spieler, der mich mit fünf, sechs Jahren schon angesprochen hat. Dann kam irgendwann die Zeit von Kevin Kiegen, wo ich auf dem Schulhof mit der Bommelmütze rumgelaufen bin, war immer Kevin Kiegen. Also ich hatte immer so eine gewisse Affinität zu diesem Verein. Ich weiß noch, wie Felix Magath gegen Juventus Turin den Ball im Winkel geschossen hat, wie ich auf der Couch hochgeschossen bin, weil eine deutsche Mannschaft endlich mal den Europapokal-Landesmeister geholt hat. So, dann kam irgendwann die Ära Horst Rubesch, der kam aus Westtünnen, ja, das ist so ganz in der Nähe von Soest, wo ich groß geworden bin und dann hieß es immer der Horst Rubesch da, einer von uns aus dem Kreis Soest, ja, und dann mit Manni Kalz und die Bananenflanken, also dieser Verein hatte immer irgendetwas, wo ich als sehr, sehr positiv empfunden habe, ja, und natürlich genauso dann irgendwann auch die Phase des sportlichen Niedergangs, wo, klar, immer noch wieder auch tolle Spieler hier gespielt haben, Van Nistelrooy, Van der Vaart, Mattheissen, ja, das waren alle Spieler, glaube ich, die, ich habe wahrscheinlich in der Aufsicht jetzt etliche vergessen, Marcel Jansen, Ja, wo muss ich jetzt natürlich nennen, der hört den Phrasenmäher immer und sonst kriege ich wieder einen Anruf. Ja, den muss ich natürlich jetzt auch nennen, klar. Eine Legende mit der Nummer 7 auf dem Boden. Ja, und dann kam natürlich trotzdem irgendwo, wenn man dann die Relegationsspiele gesehen hat, wo man dann auch gesagt hat, ach, jetzt haben sie wieder der Freistoß da in Karlsruhe, wo man bis heute nicht weiß, warum man da Freistoß pfeifen muss als Karlsruher Fan. Und das hat man natürlich alles miterlebt. Und da waren die letzten Jahre, waren, glaube ich, für alle Hamburger, für alle HSV-Fans, alles andere als einfach. Aber ich glaube, auch für die, die in der sportlichen Verantwortung stehen oder standen, auch für die war das nicht einfach, weil sie natürlich alle an ihren HSV eine Erwartung haben, die nicht Abschießkampf heißt, sondern eher Europa heißt. Und das führt natürlich aus der Vergangenheit her, das rührt aus der Vergangenheit her. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Aber das hat sich halt vieles geändert. Und wenn man weiß, wo der HSV jetzt im Moment steht, dann weiß man, wie lang dieser Weg auch wieder sein kann, zurück in das obere Tabellendrittel der Bundesliga. Ich rede jetzt mal gar nicht von der Bundesliga, weil das obere Drittel ist nochmal ganz, ganz weit weg. Und ja, diesen Weg gehen wir jetzt an. Was ich wohltuend empfinde jetzt in der täglichen Arbeit ist, dass wir, ich glaube, es geschafft haben, dass wir wieder vereint sind. Ich glaube, dass wir durch unsere Art und da nehme ich jetzt auch mal Jonas Bolt mit rein, Michael Mutzl mit rein, die natürlich auch neu sind in ihren verantwortlichen Positionen. Ich nehme da mal rein mit Max Köttgen als Aufsichtsratsvorsitzenden, mit dem ich mich immer gerne unterhalte, der so eine moderate Art hat, gewisse Dinge zu moderieren, wo ich manchmal auch schmunzeln muss, wie er es dann macht. Ja, und auch Bernd Hoffmann, der natürlich irgendwo immer noch so für Erfolg und Misserfolg beim HSV auch steht, der aber, glaube ich, sich nichts sehnliches erwünscht, als jetzt wieder erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das geben wir gerade nach außen. Ich war jetzt diese Woche bei einer Aufsichtsratssitzung das erste Mal dabei, habe mich mal vorgestellt, nach vier, fünf Monaten. Wie läuft das ab? Sagen Sie, hallo, ich bin der Dieter, ich bin hier der Trainer. Ich habe mich da mal kurz vorgestellt, weil, wie gesagt, den einen oder anderen hatte ich schon mal gesehen, aber jetzt in dieser Runde war ich das erste Mal dabei und der sollte einfach auch mal so meine ersten Eindrücke von meiner ersten Zeit jetzt in Hamburg schildern. Die Leute wissen, dass ich dann eigentlich sehr offen bin, aber auch sehr gerade bin und habe dann schon zu verstehen gegeben, dass ich das Gefühl habe, dass wir in unserer Darstellung nach außen weiterhin diesen doch demütigen Gang weitergehen müssen. Nicht jetzt schon wieder schwafeln von, was wäre, wenn. Ja, das wäre, was wäre, wenn ist noch nicht da. Wir sollten Spieltag für Spieltag weitergehen. Das ist zwar so eine alte Trainerfloskel, aber sie trifft in Hamburg enorm zu. Ich wollte jetzt gerade hupen, aber ich lasse es laufen. Ich weiß, das gehört zu Ihrer schönen Erklärung. Man sieht das ja, du spielst gegen den VfB Stuttgart das Meisterschaftsspiel in einer Art und Weise, was für die zweite Liga ein außergewöhnliches gutes Fußballspiel war. Was hätte auch 8-7 ausgehen können für uns? Ich sage nicht 4-4, weil wir waren schon der verdiente Sieger an diesem Abend. Wir haben dann drei Tage später im Pokal gesehen, dass auch der VfB Stuttgart eine Qualität haben kann, indem wir in der Verlängerung dann verloren haben und nicht so gut gespielt haben, wie vielleicht drei Tage vorher. Dann fährst du nach Wehen-Wiesbaden, wo du dann eigentlich weißt, also da wird man ja gewinnen, da kann man ja gar nicht unentschieden oder verlieren. Und wir schaffen es dann eben doch. Fahren Sie da so hin oder fährt die Mannschaft da so hin und sagt, da können wir gar nicht verlieren? Nein, ich glaube, du merkst so unterschwellig. Ich glaube, du warnst ja vor dem Gegner und die hatten vorher auch fünf Spiele nicht verloren. Genau das war wieder an dem Nachmittag, wo du das Gespür hast, ah, nicht ganz mental so auf der Höhe. Wir hatten unter anderem vor den beiden Stuttgart-Spielen auch noch Bielefeld gespielt. Das waren drei für die mentale Frische sehr anstrengende Spiele für meine Mannschaft, weil es Topspiele waren. Und dann, genau das meine ich eben, auch diese Entwicklung dann zu wissen, am Samstag im WM Wiesbaden gilt es nur darum, drei Punkte mitzunehmen. Wir waren auf einem guten Weg bis zu 93. Minute, halbe Stunde in Überzahl. Er dachte aber nicht, war sein typisch HSV. Auch diese Stimmen gab es nach dem Spiel wieder. Und in Kiel, ja, gut, nach einer halben Stunde dann in der Unterzahl haben wir es gut gemacht. Wir holen uns dann einen Punkt wieder von den Zweien, die wir vielleicht im WM Wiesbaden haben liegen lassen. Und das ist genau das, wo ich immer vorwarne, du musst diese zweite Liga jedes Spiel für sich nehmen. Und wenn du das verstehst und wenn du das auch vom Umfeld her noch mehr annimmst, ja, ich weiß, auch die Medien müssen ihre Arbeit machen und die sehen es natürlich manchmal auch ein bisschen kritischer, als wir es vielleicht dann auch darstellen, manchmal auch berechtigterweise ein bisschen kritischer, als wir es darstellen. Aber letztendlich geht es ja darum, wir wollen ja alle gemeinsam Erfolg haben. Und da ist das Zusammenspiel im Moment, um die Anfang der Frage nochmal zurückzukommen, finde ich, empfinde ich es als sehr angenehmen Moment, wie das läuft beim HSV zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und der sportlichen Leitung. Aber wie gesagt, wir sind auch sehr erfolgreich gerade. Was wäre, wenn wir mal Vierter, Fünfter werden in dieser Zweinligasaison, wie dann die Stimmung ist? Ja gut, dann werde ich auch wieder gefordert sein, denke ich. Ja, gefordert oder gefeuert. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wenn Sie ein HSV hinbekommen, dann könnten Sie danach ja eigentlich die SPD dann sich vornehmen. Das ist ja von der Größenordnung her ähnlich, was Chaos angeht. Ja, Größenordnung, ja, was heißt, ist es Chaos? Es war Chaos hier, ne? Ja, hier in Hamburg. Ja? Ja, kommunalpolitisch bin ich jetzt nicht. Also beim HSV? Beim HSV, Chaos, ich weiß nicht, ob man das immer als Chaos beschreiben muss. Ich glaube, dass jeder, der hier gearbeitet hat in der Vergangenheit immer eins will, erfolgreich arbeiten. Ja, und da macht man Fehler. So, manchmal macht man Fehler zu viel, wo es dann wirklich nicht mehr passt. Manchmal macht man Fehler, da weiß man gar nicht, dass man Fehler gemacht hat. Und das muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber ich kann, oder mein Verständnis ist für die, die vor mir hier waren, dass, glaube ich, jeder Trainer, jeder Vorstandsvorsitzende, jeder Sportdirektor eigentlich eins im Sinne hätte, diesen großen Verein, diesen Traditionsverein in Deutschland dahin zu führen, wo jeder denkt, er sein müsste, nämlich Konkurrent von Bayern München. Aber da ist eine riesen, riesen Kluft dazwischen. Mussten Sie da eigentlich einigen wirklich diesen Zahn ziehen und sagen, hört mal auf zu träumen, das ist jetzt vorbei, wir müssen jetzt mal realistisch bleiben. Wir müssen ja auch, ja realistisch, aber ambitioniert. Da waren noch einige sicher enttäuscht und haben sich gedacht, Mensch, jetzt redet der hier von Demut. Nein, das glaube ich gar nicht. Mit vielen Leuten, die ich hier in Hamburg gesprochen habe, die sagen, es ist der richtige Weg. Erstmal jetzt mal wirklich mal mit beiden Füßen auf der Erde stehen und erstmal gucken, was haben wir denn jetzt. Aber es kannte ja so in der Form kaum einer. Nein, es kannte kaum einer, aber ich glaube, das war jetzt, klar, ich verkörpere das vielleicht wie kein Zweiter, dass ich diese Bodenhaftung habe und diese realistische Denkweise und ja, ist der auch mal euphorisch. Ja, ich bin auch euphorisch, aber ich kann eben zwischen Schwarz und Weiß sehr, sehr gut die Grauzone bedecken, weil ich bin nicht zu sehr geknickt, wenn es mal nicht so läuft und ich bin aber auch nicht zu glückselig, wenn wir jedes Spiel gewinnen, weil ich weiß, es gibt wieder den Tag, wo es auch wieder in die andere Richtung geht und deshalb, ich musste nicht viele bekehren oder auf den Boden holen, sondern im Gegenteil, ich habe viel Zuspruch gefunden für diese Art, wie ich es angegangen habe. Ich habe gemerkt, dass die Leute sagen, ja, es ist endlich mal und hoffentlich halten sie es aber auch durch und ich meine, sie wieder nach einem halben Jahr wieder was verändern zu müssen, wenn es vielleicht nicht gleich den Erfolg gibt, den man sich jetzt erwünscht und ich weiß auch diesen Satz, das ist eine riesen Wertschätzung, wenn ich höre, wenn der Hecking es nicht schafft, wer soll es denn überhaupt noch schaffen in Hamburg, das ist für mich einerseits riesen Wertschätzung für meine Person, aber auch eine riesen Herausforderung, diesen Leuten zu zeigen, ihr habt recht mit eurer Annahme, ich will das schaffen und das ist auch der Antrieb für mich, jeden Tag hier das vorzuleben, dem Mitarbeiter gegenüber, dem Fanscher gegenüber, dem Medien gegenüber, aber vor allen Dingen meinen Jungs und meiner Mannschaft. Ihre Mannschaft betreuen Sie auch mit Tobias Schweinsteiger, den Sie als Co-Trainer hinzugenommen haben, was war ausschlaggebender Grund dafür? Das ist eigentlich ganz witzig, man macht sich ja Gedanken, über Dirk Bremser werden wir sicherlich auch noch sprechen. Der kommt gleich, der kommt gleich, sagen wir mal so, mit einer Herausforderung. Ist natürlich wirklich so, wie meine zweite Ehefrau und jetzt versuchen Sie mal, die Trainerstäbe sind ja seit meinen Anfängen verdammt groß geworden, und auch ich meinte dann irgendwann ein zweiter Co-Trainer wäre nicht schlecht und ich habe in den vergangenen Jahren oder in meinen Stationen immer fantastische Co-Trainer gehabt. Nicht nur den Dirk, der natürlich eine Sonderrolle einnimmt, aber ich überlege, wenn wir, als wir angefangen haben, dann in Nürnberg, war das das erste Mal, dass ich einen zweiten Co-Trainer hatte, das war dann Armin Reutershahn, auch ein alter Fahnsmann, mit allen Wassern gewaschen, aber auch eben mit dieser nötigen Gelassenheit und ein fantastischer Mensch. Dann in Wolfsburg Andres Jonker, der auch mir sehr, sehr geholfen hat und mir gezeigt hat, unter anderem mit Klaus Allhofs, den ich da auch sehr, sehr positiv erwähnen muss, was es heißt, eine Spitzenmannschaft zu trainieren, Spitzenspieler zu trainieren. Dann kam Ton Lokhoff, ein lustiger Holländer, der auch auf eine unwahrscheinlich fantastische Art zu Dirk und mir gepasst hat, mit seiner ganzen Art. Und dann kam in Gladbach Frank Geidek, ein Fußball-Nerd, der aber eine Ausstrahlung hatte auf mich, der in sich geruht hat, der ganz selten mal aus der Haut gefahren ist. Bei dem musste alles organisiert sein. Also wenn der morgens um sieben Uhr nicht seine Früchte hatte, dann war das kein guter Tag, um das mal zu beschreiben. Wenn irgendwo bei der Videoanalyse eine Sequenz nicht an dem Ort war, wo er sie gerne hatte, dann war die Videoanalyse scheiße. Ja, und also fantastische ältere Kollegen. Und dann habe ich zu Dirk gesagt, Dirk, wir sind jetzt an einem Punkt, vielleicht müssen wir über einen jüngeren Kollegen nachdenken. Dazu müsste man einen adoptieren. So ungefähr, ja. Und ich hatte Tobi Schweinsteiger, ich weiß nicht, ob es bei einer Champions-League-Sendung war, als Experten. War er irgendwo mal dabei gesessen, ob es Dayzone war oder Sky, ein bisschen Werbung können wir ja machen für die. Können wir alle Werbung machen. Ja. N3, wenn Sie wollen. N3, ja. Immer gut. Tobi war eher Bayern 3 oder Österreich, ServusTV oder was er da gemacht hat. Und Tobi war mir da aufgefallen. Mit einer sehr, sehr guten Analyse, sehr, sehr guten Ansprache. Und dann habe ich irgendwann mir die Nummer besorgt von ihm und dann hatten wir ein sehr nettes Gespräch am Telefon. Ich sagte, Tobi, ich überlege zu mir einen jungen Co-Trainer zu holen. Ich habe so ein bisschen deinen Weg verfolgt und bist jetzt da in Linz und machst da das Farmteam und läuft ja ganz gut. Könntest du dir vorstellen, bei uns in den Trainerstab zu kommen? Ah, wie das dann so ist. Er hat sich sehr gefreut, dass ich auf ihn gekommen wäre. Aber Trainer, ich habe hier einen Vierjahresvertrag in Linz und die Karriereplanung ist ein bisschen etwas andere und ich fühle mich hier so wohl. Okay, damit war das Thema eigentlich durch. Und dann bekam ich irgendwann vom Bekannten von mir gesteckt, du, pass auf da mit dem Tobi, da läuft irgendwas nicht rund in Linz. Ruf den doch nochmal an. Du wolltest den doch als Co-Trainer. Und dann habe ich mir SMS geschickt. Tobi, habe gehört, läuft gerade nicht ganz so rund. Was ist los? Hättest du noch Interesse? Bei einer meiner nächsten Trainerstationen und es könnte sein, dass ich wieder eine spannende Aufgabe vor Augen habe, ob du da mit hin willst. Rief er dann noch abends zurück. Sagt er, ja, freut sich, dass ich an ihn gedacht hätte wieder. Und ja, er wäre gerade so ein bisschen unrein. Er war sogar überlegen, ob er mich mal anruft und Rat einholt. Sag, um was geht's? Ja, er hatte noch nicht die erforderliche Profitrainerlizenz für Österreich. Und da gab es wohl eine Ausnahmegenehmigung, dass er diese U-Mannschaft, diese U21 oder U21 war es glaube ich in Linz, dieses Farmteam dann trainieren konnte. Und das war wohl eine Ausnahmegenehmigung. Er hätte jetzt die Trainerlizenz machen müssen, um diese Mannschaft weiter zu betreuen, um dann irgendwann auch die erste Mannschaft vom Linzer ASK zu übernehmen. Und dann hatten sie ihn eigentlich wieder für die U19 vorgesehen. Und das wollte Tobi nicht. Und da sagte Tobi, wenn das so ist, könntest du dir das denn vorstellen? Ja, kann ich mir. Ja, ich sag, dann versuch doch mal aus deinem Vierjahresvertrag rauszukommen. Versuch eine Lösung zu finden. Und ich würde das kurzzeitig mal mit Jonas Bolt schon mal vorbesprechen, ob er sich das vorstellen könnte, dich dazu zu holen. Und dann war das eine Sache innerhalb von 72 Stunden, glaube ich. Hat der Tobi dann mit seinem Berater zusammen in Linz aufgelöst. Hat dann hier in Hamburg unterschrieben. Und ich muss sagen, dass wir einen von sehr, sehr guten jungen Kollegen dazu gefunden haben, der mit seiner Art, mit seiner ganzen Art als Mensch überzeugt. Aber der sich auch wahnsinnig viel Gedanken macht über Fußball und so langsam auch so die Scheu ablegt vor den beiden Alphatieren in diesem Trainerstab zu kuschen. Er fängt jetzt selber an, Ideen zu entwickeln, versucht sich einzubringen. Und ich glaube, dass der Tobi das für sich, sag mal, ein bisschen vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber diese Ausbildungszeit bei uns einfach genießen kann in Ruhe als Trainer seine Erfahrungen zu sammeln, sich Dinge abschauen kann, wie man gewisse Dinge handelt. Ich glaube, das tut ihm richtig gut und ich befürchte, dass ich irgendwann wieder dastehe und muss mir wieder einen jungen Kollegen suchen, weil der Tobi irgendwann sicher irgendwo Cheftrainer wird. Dann können Sie wieder einen nehmen, der irgendwo im TV einen guten Eindruck macht gerade, oder? Nicht nur der Eindruck am TV, aber ich glaube, man merkt schon, ob einer nur Phrasen rausdrischt oder Nette Spitze oder ob man jemanden hat, der wirklich inhaltlich auch überzeugt. Das heißt, Sie saßen da, haben ihn gesehen, wie er gerade im TV analysiert und dann geht es erstmal irgendwie ans Telefon oder ans iPad um zu gucken, was macht er gerade, wo bewegt er sich? Ja genau, wo bewegt er sich? Dann so ein paar Erkundigungen eingeholt über Leute, die mit ihm schon mal zu tun hatten. Da hört man natürlich auch nicht nur das Gute, das finde ich auch immer gut, wenn man Auskünfte einkommt, dass man eine ehrliche Antwort bekommt, ja passt auch da ein bisschen auf, vielleicht auch nicht ganz so einfach, der Name Schweinsteiger ist für ihn, er sagt, es ist für ihn keine große Belastung gewesen, weil die Familie da in der Nähe von Rosenheim groß geworden ist und das Elternhaus es gut gemacht hat mit den beiden Jungs und Tobi damit auch sehr, sehr gut umgehen konnte und auch wusste, dass er vielleicht der etwas bescheidenere Fußballer war im Gegensatz seines Bruders. Aber wirklich, auch diese Gespräche da am Telefon, das ist nicht ein 5-Minuten-Gespräch gewesen, das glaube ich, wir haben fast eine Stunde telefoniert, als wir das erste Mal gesprochen haben über Fußball, wie ich mir das vorstellen kann, in der Zusammenarbeit, was ich von ihm erwarten würde und anscheinend hat ihm das überzeugt. Sie haben ja auch eine sehr gewinnende Art, eine sehr überzeugende Art und das braucht man als Trainer. Ihr Co-Trainer Dirk Bremser, mit dem Sie seit ungefähr 18 Jahren zusammenarbeiten, seit der Zeit beim VfB Lübeck, der kommt jetzt mit einer Frage um die Ecke. Nehmen Sie sich schon mal in acht. Hallo Dieter, hier ist Bremse, deine bessere Hälfte, seit ewigen Jahren. Wir haben ja schon die eine oder andere Feierlichkeit beziehungsweise Party miteinander verbracht und ich muss sagen, jetzt vor kurzem warst du ein richtiges Feierbeast. Glaubst du, du weißt, was ich meine? Ja, das weiß ich auf hundertprozentig. Wir haben es nie geschafft gehabt, in der ganzen Tätigkeit zu Allerheiligen Kirmes nach Soest zu fahren. Und Allerheiligen Kirmes in Soest ist eine Kirmes, die nicht ein normaler Rummelplatz ist, sondern wirklich in der Altstadt von Soest sich abspielt und wenn man als Soester Allerheiligen Kirmes hört oder ich kann das immer so sagen, seit gefühlt 35 Jahren gucke ich immer auf den Spielplan als erstes, wo ist Anfang November, wo spiele ich, wo bin ich, habe ich die Chance zu Allerheiligen Kirmes nach Soest zu fahren. Ist eine kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern mitten Westfalens und an diesen fünf Tagen ist es Mittelpunkt von Nordrhein-Westfalen. Millionen Leute, die nach Soest strömen und unter anderem die ehemaligen Soester natürlich auch. Und wir haben ja in Kiel gespielt an dem Wochenende und der Lennart Körth, den muss man da auch mal mit reinnehmen ins Boot. Sie können hier alle mit reinnehmen. Das ist der Fasen her. Das ist nämlich unser neuer Teammanager, der kommt auch aus Soest und auch der kam eigentlich irgendwann zu mir und sagte, sag mal, was machen wir eigentlich Anfang November? Wir beiden müssen nach Soest. Ich sage, ja Lennart, hast du vollkommen recht, aber wir spielen in Kiel. Das wird eine Herausforderung, weil wir können da ja nicht irgendwo hinfahren, wenn wir nicht gewonnen haben oder wie auch immer. Dann habe ich zum Lennart gesagt vor vier Wochen, pass mal auf, wir fragen mal an, wer mitfahren würde vom Trainerstab. Wir machen mal eine Teambuilding-Maßnahme Trainerstab und wir laden die auf die Soest der Heiligen Chemie ein. Für den Fall, dass wir in Kiel gewinnen. Das war die Voraussetzung. Teambuilding-Maßnahme ist in dem Zusammenhang ein netter Begriff. Schön umschrieben. Ja, schön umschrieben und ich kann das wirklich, das ist wirklich, weil es ein fantastischer Abend war, wie ich ihn so auch lange nicht erlebt habe mit Kollegen, so zu feiern. Es war dann wirklich so, wir haben dann in Kiel gespielt und es stand 1-0 für Holstein Kiel und irgendwann tauchte Lennart Kört in einer 88. Minute hinter meiner Trainerbank auf und ich saß schon an seinem Blick, die ganze Planung war für die Katz, wir können nicht nach Soest. Ja, ich den Blick erwidert und dann machten wir den Ausgleich in der Nachspielzeit und Lennart, ich saß an seinem Blick, hatte Hoffnung und dann kam meine Frage irgendwie so, Lennart, wie stehen denn die Autos in Fahrtrichtung, Trainer? Ja, ich saß, das ist gut, dann mach den Motor schon mal an. Ja, weil ich einfach gesehen habe, dass die Mannschaft in Unterzahl 60 Minuten wirklich ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat und wir dann oder ich dann auch die Möglichkeit sah, mit der Länderspielpause dann im Hintergrund war, auch zwei Tage freizugeben, auch mal aus persönlichen Interessen, sonst stehen die ja immer hinten an, weil man ja nie so kann, wie man eigentlich möchte und dann sind wirklich dann am Ende des Tages drei Autos aus Hamburg Richtung Soos gefahren beziehungsweise aus Kiel. Ja, das war dann, der Jonas Bolt war dabei, Tobi Schweinsteiger, der Kai Rabe, unser Torwarttrainer, Dirk Bremser, Lennart Kört und meine Wenigkeit und dann sind wir nach Soos gefahren und sind dann irgendwann so gegen 20, 20.30 Uhr in Soos aufgetaucht und ja, ich glaube, ich habe irgendwann am Morgen danach eine WhatsApp-Nachricht von Jonas Bolt bekommen und der mir dann beschrieb, als er durch die Gassen von Soos am Morgen danach ging, hörte er irgendwo in den Gassen immer nur der HSV. Jetzt ist es im Phrasenmäher so, dass wir eine Facebook-Gruppe haben mit dem Namen Phrasenmäher, wo munter diskutiert wird über die kommenden Gäste, wo es eine Riesen-Euphorie gab, als klar ist, der nächste Gast ist Dieter Hecking und wo sehr sinnvoll, sehr sachlich und sehr fußballromantisch geschrieben und analysiert wird und dann kam auch die Frage von jemandem, der schrieb, hey, frag doch mal, wie es auf der Kirmes in Soost war und jetzt haben sie natürlich völlig alleine in der Hand, ob ein Video, welches uns zugeschickt wurde, jemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken darf. Wir zeigen es ihnen einmal und spielen es ihnen einmal vor. Es ist natürlich vorher geprüft worden von mir, es ist nichts drauf, was irgendwie verwerflich wäre. Das war es auch nicht. Dieter Hecking, Tobias Schweinsteiger und ein paar andere feiern ein bisschen und singen und das freut den Fußballfan, glaube ich, sehr die Torhymne des HSV in Soost auf der Kirmes. Da geht doch jedem Fußballfan das Herz auf, oder? Ja, ich finde, das zeigt dieses Video, also von meiner Seite aus können wir das ruhig veröffentlichen, weil es einfach auch zeigt, wie toll dieser Trainerstab auch zusammensteht. Das war wirklich ein herausragender Abend in einer tollen Umgebung und der Lennart war dann irgendwann so weit auf den DJ einzusprechen und hat gesagt, pass auf, wir brauchen hier einmal mal die Torhymne vom HSV, um den Laden ja mal richtig in Schwung zu bringen, weil es waren überraschend viele HSV-Fans auch in dieser Soostarkneipe und die haben dann alle mit eingestimmt und es war wirklich der Siedepunkt des Abends, als dann die HSV-Hymne in dieser Kneipe gespielt wurde. Aber man merkt eben auch und das zeigen diese Bilder, glaube ich, auch, das ist nicht irgendwie gespielt von uns, dass wir wirklich als Trainerstab die totale Identifikation für diesen Verein haben und auch vorleben wollen und an diesem Abend haben wir es dann nochmal rausgelassen. Wir werden dieses Video natürlich mit der notwendigen Vorsicht veröffentlichen, weil es einfach ein Genuss ist für jeden Fußballfan zu sehen, dass ein Bundesliga-Trainer am Ende, am Abend an der Theke steht und die HSV-Hymne völlig in Ordnung. Gewähren Sie uns nochmal bitte einen kleinen Einblick in diese Welt der Transfers. Sie hatten eben gesagt, Tobias Schweinsteiger haben Sie sehr schnell überzeugen können. Wie laufen solche Gespräche bei Ihnen ab? Sind Sie derjenige, der dann klar analysiert, das ist meine Philosophie? Wie läuft es ab, sowohl wenn Sie jemanden verpflichten als auch wenn Sie verpflichtet werden? Also erstmal, wenn es um Spielertransfers geht, ist es ja in der heutigen Zeit nie mehr so, dass du das alleine als Trainer machst. Es ist immer der Sportdirektor involviert oder Vorstand Sport, wie auch diese Namensgebung auch sein soll. Eine Scouting-Abteilung ist involviert und ich muss sagen, dass ich mit den unterschiedlichsten Typen von Sportdirektoren zusammenarbeiten konnte und ich das seltene Glück habe, glaube ich, das kann ich sagen, wirklich nur mit gutem zusammenarbeiten durfte. Ob es Jörg Schmadtke war, ob es Christian Hochstädter war, ob es Klaus Alofs war, wenn ich da besonders hervorheben möchte, weil er mir einfach den Weg gezeigt hat aus dem normalen Maß Bundesliga, wie muss man mit Spitzenspielern umgehen, wie geht es Erfolg zu haben, wie geht es einem Verein in die Bundesliga-Spitze zu führen, was man dafür braucht, war für mich eine tolle Leerzeit unter ihm, ja, dann eben auch mit Max Eberl in Gladbach zusammen, Martin Bader, ja, das sind alles tolle Menschen, die ich auch größtenteils als meine Freunde sehen darf, klar, zu dem einen hat man mehr Kontakt, aber ich habe das seltene Glück gehabt, wirklich mit tollen Menschen in der verantwortlichen Position zusammenzuarbeiten, ich glaube auch mit Jonas Bolt jetzt jemanden an meiner Seite zu haben, der auch sehr, sehr erfolgsorientiert denkt, sehr futuristisch denkt, zukunftsorientiert denkt, für den HSV, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung und dann kommt es natürlich immer unterschiedlichste Möglichkeiten, wir haben in Gladbach, denke ich, die über eine hervorragende Scouting-Abteilung verfügen, wo wir uns Gedanken gemacht haben, Steffen Korell, den man dann nennen muss, Max Eberl und ich im Vorgriff, so wie soll das mal aussehen, was wollen wir spielen, welche Spielertypen brauchen wir, ich gebe mal das Beispiel Plea, Füllkrug, das war so eine Entscheidung, die wir mal treffen mussten in Gladbach, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, der Niklas Füllkrug passt vielleicht von der Art her sehr gut zu uns, Plea, ist es jetzt der zentrale Stürmer, wie wir ihn gerade brauchen oder ist es nicht doch mehr der neben Balotelli mehr über die Außen gekommen ist in Nizza und dann haben wir eine Diskussion geführt, denke ich, auf allerhöchstem Niveau mit der Scouting-Abteilung, wo es Gladbach perfekt macht, dass sie nicht Spieler nur von einem Scout beobachten lassen, sondern unterschiedlichste Scouts losschicken, um diese Spieler mal beim Auswärtsspiel, beim Heimspiel, mal beim Training zu beobachten, um einfach viele Informationen zu sammeln und dann gab es eben um diese beiden Spieler Diskussionen, wir konnten nur einen machen aus finanziellen Gründen, wen machen wir? Dann entstand eine Diskussion, die ich für, gerade für so eine Transfermaßnahme mit einem hohen Aufwand, was das Geld angeht, finde ich, war das eine richtig fantastische Zusammenarbeit von allen, die irgendwo mit Transfers zu tun haben. Die Scouts, die dann kontrovers vor Max Eberl, Steffen Korrello und mir diskutierten, was sie an dem Spieler X oder an dem Spieler Füllkrug sehen, an dem Spieler Player sehen, wo sie die Stärken sehen, dann wurden wir wieder mit eingebunden, dann habe ich so mein Bild gehabt, zu welchen Spieler tendieren die Scouts und dann kam Max mit der Frage an mich, was willst du genau? Welchen Spielertyp brauchst du? Sag es nochmal. Dann habe ich es nochmal ausgesprochen und als ich es ausgesprochen habe, wusste ich, es ist Player. Ja, weil ich vorher alles gehört hatte und im Nachhinein, muss ich sagen, war es dann auch nichts gegen Niklas Füllkrug, den ich sehr schätze und ich glaube, dass der Niklas Füllkrug auch gepasst hätte, aber die Entscheidung, so wie wir sie dann diskutiert haben, war Player, in dem Moment die richtige Entscheidung ist, dann doch zu machen mit Player, der zwar teurer war als Niklas, aber nachdem man es selber nochmal ausgesprochen hatte, wie das Bild eines Mittelstürmers oder eines Stoßstürmers sein sollte, was wir haben braucht oder was wir benötigten in Gladbach, war das eine fantastische Zusammenarbeit zwischen Scouting-Abteilung, Chef der Scouting-Abteilung, Sportdirektor und Trainer und ich glaube, Alessandro Pler ist ein sehr guter Spieler für Borussia Mönchengladbach geworden, als ein Beispiel mal. Das andere ist natürlich, wenn du dann eins zu eins mit Spielern sitzt, da sitze ich ja nicht alleine, ist noch nie vorgekommen, dass ich so unter vier Augen mit dem Spieler gesprochen habe, das ist meistens der Berater dabei, von unserer Seite auch der Sportdirektor und dann ist es so, dass du natürlich ein Gefühl kriegen musst, klar, wenn du mal zusammensitzt, weißt du, das ist gegenseitiges Interesse da, also du musst jetzt nicht so viel Eis brechen, was du sagst, den musst du jetzt begeistern, weil er sitzt ja hier, weil er eventuell sich das vorstellen kann und dann versuche ich einfach alles so ein bisschen abzuklopfen und versuche meine sportliche Vorstellung, was ich von ihm erwarten würde, welche Positionen, wie er sich sieht, ist es überhaupt die richtige Denke, sieht er sich überhaupt als offensiver Mittelfeldspieler, sieht er sich als Außenstürmer, dass man da auch möglichst auf einer Wellenlänge ist, dann spricht man so allgemein, wie denkst du über Fußball, bist du eher einer, der den Ball haben möchte oder besser gegen den Ball agiert, mehr auf Konter spielen willst, passt das zu meiner Philosophie, wie sind familiäre Dinge, wo kommt er her, hat er schon mal mit Schwierigkeiten zu tun, hat er jemand, der aus einem guten Familienhaus, wenn ich jetzt falsch verstehe, aber wo alles geordnet war oder ist er einer, der schon in frühen, jungen Jahren gegen Widerstände ankämpfen musste, wie gibt er sich, wie sind die Informationen von früheren Arbeitgebern, Mitspielern, wie verhält er sich in der Öffentlichkeit, gibt es da irgendwas, das sind alles Dinge, die man in so eine Beurteilung mit reinfließen lässt, um dann irgendwo das Bild rund zu bekommen. Am Ende des Tages sage ich dann immer, so wir haben uns jetzt gut ausgetauscht, aber was willst du? Die Frage kannst nur du beantworten, ich kann dir das nur aufzeigen, wie ich es mir vorstellen kann, ich kann dir sagen, das was ich dir heute hier erzählt habe, das ist genau das, was dich von mir erwartet, was ich machen werde, da wird sehr wahrscheinlich nichts anderes dazukommen, weil das ist der Weg, den ich dir aufschreibe oder dir aufzeigen kann und oftmals hat es dann auch gefruchtet mit der Überzeugungsarbeit. Gab es mal einen Spieler, wo es nicht gefruchtet hat und Sie hinterher gesagt haben, da weiß ich mir heute noch in den Hintern, dass das nicht geklappt hat? Also so ganz bewusst fällt mir spontan keiner ein, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, spricht für Sie. Ja, spricht für die Arbeit, die wir immer im Team, also das ist auch etwas, glaube ich, was wichtig ist, ich sehe mich nie als Einzelkämpfer oder als Einzeldarsteller, ich sehe mich immer als Team, weil ich genau weiß, ohne mein Team, hier in Hamburg, Jonas Bolt, ohne ein Dirk Bremser, aber auch ohne den Zeugwart oder auch unseren Teammanager Jürgen Ahlert, könnte ich nicht so funktionieren und agieren, wie ich es gerade kann, weil die alle mitgenommen werden müssen ins Boot und für mich ist es immer noch wichtig, morgens beim Jürgen Ahlert im Büro vorbeizuschauen und ihm sagen, Herr Jürgen, gibt es irgendwas? Herr Trainer, ich habe da eine ganze Kleinigkeit und das ist für ihn die wichtigste Sache der Welt, was für mich vielleicht die unwichtigste Sache an dem Tag wäre, aber diesem Jürgen dann das Gefühl zu geben, du bist gerade in dem Moment wichtig, ich glaube, das ist etwas, was eine große Stärke von mir ist und da habe ich auch das Gefühl hier in Hamburg, dass wir da alle mitgehen. Welche drei Spieler, die Sie mal trainiert haben, würden Sie sofort zum HSV holen, wenn Sie die Chance hätten und Geld keine Rolle spielen würde? Ja, ich meine, ihr habt mir ja auch gesagt, ich muss mir immer eine Wunschelf überlegen, die ich euch gleich auch noch sagen soll. In Teil 2? Ja, in Teil 2, okay. Da haben Sie noch Zeit. Aber da tauchen dann diese Spieler sicherlich auch auf, also du hast gefragt, welches Spiel ich mal trainiert habe, den ich gerne hier sehen will, ist Kevin De Bruyne, für mich einer der besten Spieler im Moment, wenn er von Verletzungen verschont ist, der es versteht, ein Spiel zu lesen, ein Spiel schnell zu machen, der in jedem Training dir gezeigt hat, was ihm passt und was ihm nicht gepasst hat, der nicht verlieren konnte, also ein überragender Spieler. Ich glaube, der zweite, den ich nennen kann, der ist vielleicht gar nicht so bekannt, ist Timmy Simmons, den wir damals in Nürnberg hatten, den wir vom PSV Eindhoven verpflichtet haben, wo er schon damals Fanliebling war, wo keiner verstanden hat, vom PSV Eindhoven, warum tut er sich nochmal die Bundesliga an? Und Timmy war damals, glaube ich, 32, als wir ihn geholt haben. Ich glaube, mittlerweile hat er aufgehört zu spielen, weil er jetzt auch über 40 ist, aber wahrscheinlich läuft er immer noch vorne weg. Der etwas verstanden hat, wir hatten in Nürnberg damals eine sehr junge Mannschaft mit vielen Leihspielern und wir haben ihn geholt als einen Spieler, der mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner Autorität, mit seiner Ausstrahlung diese jungen Spieler führen sollte. Und der hat das in einer Art und Weise hinbekommen, beim einfachsten Passspiel, jeder Pass musste 100% sein. Wenn ein Mitspieler den Pass nur 95% stoppt, spiel den Ball bitte sauber zu mir. Der hat die selber intern gecoacht. Und dann gab es diesen Shuttle-Run, das ist von uns Trainern so ein beliebter Ausdauertest, Ausdauertest bei den Spielern eher unbeliebt. Und er hat jedes Mal, wenn dieser Shuttle-Run ansteht, gesagt, brauchst mir keinen Gegner hinstellen, ich laufe sie alle in Grund und Boden. Der hat nicht einen Shuttle-Run verloren. Da hatten wir wirklich einen Jungen, Hülsen Kamawaka hieß der, auch ein Laktat, von jenseits von 4,5. Der hat sich zum Auftrag gemacht, heute schlage ich ihn. Er hat ihn in den Grund und Boden gelaufen. Am Ende des Tages waren die beiden, die haben sich so gepusht. Und Timmy war einfach der Gottfaser des Shuttle-Rands. Und der Dritte, der mir eigentlich auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist Erik Mayer. Weil Erik war damals in Aachen mein Spieler, Mittelstürmer, der auch schon zum Ende seiner Karriere dann in Aachen gespielt hat. Aber der es verstanden hat, wie kaum ein Zweiter das Publikum mitzunehmen, durch eine Ausstrahlung auf dem Platz, die zu 100 Prozent auf Sieg fokussiert war, die bis am Rande des Erlaubten auf dem Platz ausgestrahlt wurde, der mit einer Grätsche 20.000 am Aachen nach Tivoli in Wallungen brachte und jedem in der Mannschaft gezeigt hat, so geht es nicht, wir müssen hier mal eine Schippe drauflegen. Und deshalb würde ich Erik Mayer auch sehr gerne nach wie vor in meiner Mannschaft sehen. Gibt es bei solchen Gesprächen, bei solchen Transfers auch mal Wünsche von Spielern, wo Sie sagen, das gibt es doch gar nicht, wie kann der sowas verlangen? Gab es sicherlich auch, aber ich will hier mal von einer Begegnung sprechen, weil es auch für mich ein Spieler ist, den ich am Anfang gerne geholt habe, wo ich aber erst im Nachhinein weiß, wie wertvoll er eigentlich war. Es ist Joshua Gelawogie, den wir damals von Saint-Étienne nach Wolfsburg geholt haben. Und Joshua, so eine Krake, so lange Beine und keinen Weg zu weit und keinen Zweikampf, irgendwie immer noch eine Fußspitze hinbekommen. und er saß mir gegenüber, Sie sehen, wie ich gekleidet bin, ganz Jeans locker, da kam dieser Franzose da rein, das war ein lieber Freund, wer kommt hier jetzt? Karl Lagerfeld persönlich, so ungefähr, modisch total gestylt, ein Typ, eine Ausstrahlung, setzt sich mir gegenüber, der Berater fängt an zu sprechen und der mustert mich die ganze Zeit. Ich sage, das macht der. noch nie gesehen. Und dann, wir gesprochen und wurde dann auch mal wieder übersetzt auf Französisch, Deutsch konnte er noch nicht so gut, der spricht mittlerweile ein perfektes Deutsch, auch das spricht für diesen Spieler, wie schnell er das gelernt hat, diese schwierige Sprache, hat er immer gesagt, schwierig, schwierig, aber ich schaffe das. Er hat es gleich hinbekommen und dann fragt er mich, dann auf Englisch, übersetzt das mal, hat er dann gesagt, Trainer, eine Frage habe ich an Sie. Wie mache ich Ihre Mannschaft besser? Warum wollen Sie mich? Dann habe ich ihn angeguckt, was meinst du? Ja, Sie sollen mir sagen, warum ich Ihre Mannschaft besser mache. Sagen Sie mir das. Wenn Sie darauf keine Antwort haben, bin ich falsch. Und das war das erste Mal, dass mir ein Spieler so eine Frage gestellt hat und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann das genau sagen, du bist für mich einer, der läuferisch, charakterlich, was ich auf dem Spielfeld wahrgenommen habe, bei Saint-Étienne, wo ich zweimal hingeflogen bin, glaube ich, dass du uns als Mannschaft mit deiner ganzen Art, mit deiner positiven Ausstrahlung, so wie du mir hier gegenüber sitzt, wie du mich gerade musterst, als wenn ich hier gescannt werde von dir, was bin ich für einer, das macht dich aus und deshalb würde ich dich als Farbtupfer in meiner Mannschaft haben. Und er hat gesagt, brauche ich nicht mehr weiterreden, ich komme. So und das war so etwas, wo du dann natürlich auch im Moment hast, boah. Und ich habe, das kann ich auch erzählen, weil ich es gerade gelesen habe, Niklas Bentner hat seine Biografie veröffentlicht, glaube ich. Hat sich schön in die Pfanne gehauen. Ja, genau, das habe ich natürlich auch gelesen. Vielleicht war er beim Schreiben nicht nüchtern, man weiß es nicht. Also auch da will ich mal was zu sagen, weil auch das nimmt man natürlich auch wahr. Warum hat man es nicht geschafft, einen Niklas Bentner auf seine Art einzuschwören? Wenn man dann liest, ja, so ein bisschen militanter Ablauf bei ihm mit Handgeben. Das ist das, was er ihm vorgeworfen hat. Ja, wo ich dann auch sage, okay, für mich gehört das halt als Wert gegen meinen Gegenüber, meinen Mitspieler dazu. Ob man das machen muss, lasse ich mal dahingestellt sein. Nur ich sage eben auch, und da hat er ja auch so ein bisschen aus seinem Vertrag, das war bewusst damals. Ich weiß, dass der Klaus mir gesagt hat, Dieter, wir können den Niklas Bentner holen. Und wenn wir den hinkriegen, haben wir einen außergewöhnlich guten Stürmer. Und das war auch immer meine Intention, wir kriegen den hin. Ja, man hat immer so die Idee als Trainer, das ist so ein kriege ich hin Spieler. Ja, und leider gelingt das ein paar Mal auch nicht. Man muss im Nachhinein sagen, bei Niklas ist es uns nicht gelungen, weil beim Niklas ja doch ein paar Dinge eben nicht so gelaufen sind, wie man es als Verein einfach auch erwarten muss von einem Spieler wie er, der weiß, dass er in der Öffentlichkeit steht, der bewusst auch nach Wolfsburg gekommen ist, um nochmal einen neuen Anfang zu machen und dann vielleicht erwartet hat, ich bin gesetzt. Ja, und dann bin ich halt dann doch nicht so der Trainer, der dann sagt, ich verleihe Freifahrtscheine für die Startelf, also man muss sich das auch ein Stück weiter arbeiten und das war bei Niklas glaube ich das größte Problem, dass er das für sich, ich bin doch Niklas Bändner, warum will mir dieser Dieter Hecking nicht mal einen Stammplatz geben und ich halt immer von ihm einfach Leistung sehen wollte. Ja, und das war bei ihm leider nicht so gegeben und trotzdem verfolge ich seinen Weg und finde es einfach schade, weil wenn du ihm Training ein paar Mal beobachtest, ich weiß, dass wir einmal eine Trainingseinheit mit ihm gemacht haben, wo ich im Nachhinein gesagt habe, du Arschloch Bändner, wirklich, das habe ich gedacht, du machst hier alles, du machst hier Sprünge über die Hürden, du sprintest wie ein Wahnsinniger, wieso zeigst du das nicht mal im ganz normalen Training? Willst du mir jetzt zeigen, du kriegst mich nicht klein? Ja, ich wollte ihm das ja gar nicht zeigen, aber da habe ich einfach gedacht, welches Riesenpotenzial dieser Kerl eigentlich hat. Jeder spielt eigentlich ungegengenblickt aus Bändner, weil er die Bälle sichert wie kein anderer, weil er vom Tor eine Abschlussquote hat, aber er hat es leider über Dauer dann nie hinbekommen, sich auf diesem Level zu halten und man hat ja dann auch gesehen, dass es danach uns dann eigentlich nach Norwegen ging und jetzt beim FC Kopenhagen wieder ist, in seiner Heimat und ich habe das gelesen und es ärgert einen nicht sehr, aber man nimmt es halt doch wahr und versteht dann, denkt dann schon, Mensch, das ist einer, den hast du nicht hingekriegt. Und dann kannst du auch wieder seine Sichtweise irgendwo nachvollziehen, klar waren auch ein paar Dinge, die dann auch nicht in Ordnung waren. André Schöle hat unter ihnen in Wolfsburg gespielt und hat zuletzt im Phrasenmäher sehr offen darüber gesprochen, dass er eine Phase hatte, in der er gedacht hat, Trainer, je nachdem welcher Trainer es gerade war, was willst du von mir? Ich bin Weltmeister und ich bin doch eigentlich gefühlt gerade der Geilste in Deutschland und es dann eine Weile gebraucht hat, bis er realisiert hat, hey, das ist nicht der Fall. Ist das so eine Geschichte, die immer wieder auftaucht im Fußball? Sie hatten vorhin auch gesagt, viele Spieler werden zu früh zu hoch gejubelt, dass dort das dann... Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich meine, nehmen wir mal André Schürle ist jetzt das eine Beispiel. Ich glaube, er hat auch das Beispiel Mario Götze gebracht. Er hat die Vorlage gegeben und Mario macht das Tor. Ich glaube, dass jedem gönnt man das entscheidende Tor im WM-Finale. Aber was das natürlich dann auch mit diesem jungen Spieler, mit dieser jungen Persönlichkeit macht, wo dann alle plötzlich an dir rumzerren, wo du keine freie Sekunde mehr hast in der Öffentlichkeit, wo du nicht beobachtet wirst, und das hinzubekommen als junger Mensch mit einer Partnerin, die auch noch jung ist, wo du dann auch dein Leben eigentlich leben willst, wo du plötzlich merkst, wie eingeschränkt du eigentlich, wie so im Käfig, du dich einfach nur noch bewegen kannst unter deines Gleichen und die andere Welt eigentlich gar nicht mehr erschlossen wird, weil du es auch gar nicht mehr möchtest, von allen Seiten angesprochen zu werden. Und natürlich jeder Fehltritt, jede Nichtleistung wird plötzlich mal drei bewertet. Jedes Tor, was du wieder schießt, oh, er ist wieder da. Und ich glaube schon, dass auch beim André das damit dazu geführt hat, dass er vielleicht irgendwann so in so einem Loch drin war, wo er lange gebraucht hat, für sich den richtigen Weg rauszufinden. Weil ich habe ihn damals in Wolfsburg gehabt, wo ich auch der Mensch anrede, so viel Potenzial. Und trotzdem merkst du bei diesen jungen Menschen, dass sie eben dann nicht immer hundertprozentig funktionieren, weil sie eben sich viele Gedanken machen müssen, wie trete ich auf, dann stürzt viel ein, dann kommt der Berater. Und ja, du bist plötzlich in einer anderen Welt unterwegs. Und das alles zu verarbeiten, die Spieler werden immer jünger, 18-, 19-Jährige, nehmen wir jetzt, alles redet gerade über Sancho, warum funktioniert er bei Borussia Dortmund nicht mehr? Ja, weil der etwas geschaffen hat, außergewöhnlich in diesem jungen Alter, 80.000 Zuschauer Woche für Woche in Dortmund zu begeistern. Und jetzt ist vielleicht mal gerade eine Phase, wo er mal Luft holen muss, wo er mal einfach sich selber erstmal wieder finden muss. Wie komme ich aus diesem kleinen Talsohle, die ja auch junge Leute haben dürfen, wie komme ich da wieder raus? Und oftmals ist dann so, dass dann die Öffentlichkeit so viel Druck aufbaut auf diese jungen Spieler, wo sie nicht mehr rauskommen. Und das ist dann die große Gefahr. Sehen Sie das bei einem Spieler wie Sancho oder stecken Sie da tiefer drin, weil Sie ihn jetzt so gezielt ansprechen? Nein, ich habe das jetzt einfach mitbekommen. Jim Kicker war eine Überschrift auf der Titelseite über ihn, wo ich denke, ja, das ist doch ein junger Mann, 18, 19 Jahre alt, der für sein Alter außergewöhnlich guter Spieler ist. Und jetzt fragen alle, was ist denn da jetzt los? Warum ist er vielleicht mit seinen Gedanken schon woanders? Ist ihm das zu Kopf gestiegen, der schnelle Aufstieg? Ja, diese Fragen werden von außen gestellt. Und oftmals sind es vielleicht ganz banale Kleinigkeiten, die diesen Spieler gerade nicht sein Potenzial abrufen lassen, wie es eigentlich sein müsste. André Schürrle hat, wir kommen langsam zum Ende von Folge 1, eine Frage an Sie. Lieber Herr Hacking, hier ist Ihr Ex-Spieler André Schürrle. Nächstes Mal wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Phrasenmäher. Und als voriger Gast habe ich die Chance, Ihnen eine Frage zu stellen. Und hier kommt sie. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Sache im Fußball beziehungsweise im Fußballbusiness zu ändern, was wäre sie? Liebe Grüße aus Moskau, viel Spaß, euer André. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube gerade merkt man ja auch, dass der Fußball einen Wandel vollzieht. Ich glaube, ich habe gestern mit dem Patrick Idrich zusammengesessen, wo es dann auch mal geht, Verhältnis schiedsrichter Trainer. Wo gerade das natürlich im Moment auch im Zeitalter der modernen Technik, ich weiß noch, wie wir dann nur mit Gespann zu tun hatten als Trainer. Jetzt kommt die Technologie dazu mit Videobeweis. Und ja, ich stelle mir halt gerade die Frage, wie können wir es einfach besser machen mit dem Videobeweis? Ich glaube, dass er dem Fußball auf lange Sicht guttun wird. Aber wie er umgesetzt wird, ist nach wie vor noch in den Kinderschuhen. Es gibt halt noch zu viele Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann, was auch vielleicht ein Stück weit menschlich ist, weil es sind eben Menschen, die sowohl auf dem Platz stehen als schiedsrichter, als eben auch in dem wohl zitierten und oft zitierten Kölner Keller. Und trotzdem finde ich, dass wir da eine Riesenaufgabe vor uns haben, wenn wir das wollen, die Technik im Fußball Einzug halten zu lassen, dann müssen wir es besser machen. Alle zusammen und auch nicht ständig hinterfragen, was soll das jetzt? Und wir sind wieder an so einem Punkt in Deutschland, wo das natürlich nicht hundertprozentig läuft. Wir leben immer an den Hundertprozenten in Deutschland, weil was nicht hundertprozentig ist, ist in Deutschland nicht gut genug. Und dann kommen halt sofort wieder kritische Fragen und man zieht alles wieder in Zweifel oder will man nicht alles wieder zurückkehren. Ich glaube, wir sind über den Schritt hinaus, es zurückzukehren. Wir müssen diesen Weg weitergehen und das würde ich gerne ändern, diese gesamte Haltung zum Videobeweis. Nicht, dass man alles gut finden muss, aber dass man die Aufgabe hat, wir, die im Fußball tätig sind, diesem Videobeweis eine faire Chance zu geben und nicht einfach zu sagen, nur weil mal wieder ein Handspiel nicht geahndet worden ist, alles wieder in Frage zu stellen. Was können also die ersten Schritte sein, um da hinzukommen? Nach wie vor Kommunikation für jeden nachvollziehbarer machen, für den Fan im Stadion nachvollziehbarer machen, für die Spieler nachvollziehbarer machen, aber auch für die Schiedsrichter, die sich entscheiden müssen. Klare Regeln, Handspielregelung nach wie vor klare Regelungen finden, dass die Schiedsrichter einfach sich wohler fühlen auf dem Platz bei ihren Entscheidungen und einfach auch mal zugestehen, dass Fehler trotzdem passieren, obwohl der Videobeweis da ist. Herr Hecking, ich danke für Folge 1 und spiele Ihnen jetzt noch eine Frage vor, die Sie dann in Folge 2 beantworten können. Und jetzt mal eine Frage vorab. Was glauben Sie, wer wird Ihnen niemals im Phrasenmäher eine Frage stellen? Gibt es da eine Person, die Sie so im Kopf hätten? Meine Frau. Genau die kommt jetzt. Mit einer Frage, mit der ich so nicht gerechnet hätte und in Teil 2 können Sie dann die Antwort drauf geben. Das ist gut, dass ich da eine Pause habe zum Überlegen. Absolut. Da brauchen Sie garantiert eine Woche für. Hallo Dieter, hier spricht deine Frau Kerstin. Ich komme in den Genuss, dir Fragen stellen zu dürfen. Was kann ich tun, damit du dir die Haare lang wachsen lässt? Denn ich glaube, dass sie lang schön aussehen und sehr lockig sind. Da bräuchte ich lange für. Und wenn du jetzt Bock hast, dir das Video, das Party-Video von Dieter Hecking auf der Chemist in Soos anzuschauen, dann kannst du das natürlich machen. Und zwar in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Dort gibt es den Clip mit der Musik von Scooter. Ja, es gibt nicht nur gute Nachrichten, es gibt auch die Musik von Scooter. Spaß beiseite. Dieter Hecking geht ja herrlich ab zu dem Song, von daher sind wir Scooter dankbar dafür, dass er das Ding eines Tages mal irgendwann aufgenommen hat. Nächste Woche folgt dann hier die zweite Episode mit Dieter Hecking. In der Zwischenzeit kannst du wunderbar einfach den Phrasenmäher bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify abonnieren, dann bekommst du immer eine Nachricht aufs Smartphone, wenn eine neue Folge fertig ist. Also beim nächsten Mal dann die zweite Episode mit Dieter Hecking. walk-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up Vielen Dank.